mit olli und hallo und wieder herzlich willkommen zu einem podcast mit dem guten olli ja hallo genau sperrig der namen ich weiß ja und meiner wenigkeit wir quatschen heute über das xbox game event oder wie ist das xbox xbox games showcase ja 2020 wo ja sämtliche xbox titel die für die xbox one sowie auch für die xbox series x demnächst erscheinen und auch in der zukunft dann für die xbox series x nur denke ich mal weiß jetzt nicht so genau naja einige spiele denke ich kommt auch für die playstation aber da kommen ja natürlich aber es ging ja es ging ja primär ging es ja um die xbox studio games naja das stimmt schon ich würde auch sagen wir quatschen nicht so viel wird sagen wir fangen direkt an würde ja du hast ja schon im vorfeld gesagt du warst jetzt ein bisschen nicht ganz so begeistert ja aber wir können ja mal alles so durchgehen vielleicht das ist ja auch so ich war auch es waren sehr viele spiele ich weiß gar nicht ob es genauso viel waren wie bei der playstation event geschichte aber ich denke mal so ungefähr gleich oder sozusagen von der menge her also laut der pressemitteilung sind es 22 exklusiv titel richtig ja hatte aber playstation auch wenn ich da am bug snacks denke oder das komische dinosaurier spiel naja ok aber keine sorge microsoft hat auch ein paar gurken dazwischen würde ich mal behaupten zumindest für uns aber ich will jetzt gleich mal was positives vorweg sagen und zwar das haben sie noch mal gesagt alle spiele die sie hier vorgestellt haben mit einer einschränkung da kommen wir später noch mal dazu sind denn auch in game pass drin das heißt also kostenlos für die leute die den game pass haben das fand ich schon eine ansage ja stimmt das ist schon sehr geil also der hat so ich habe mal das kostet jetzt ich habe ja diesen ultimate ich glaube der kostet 12 euro ja ich glaube 11 12 euro ich glaube 11 9 90 ja ich glaube der für die xbox selber ist ja nicht so teuer das ist glaube ich 8 euro oder ich weiß es gerade gar nicht ja gut das ist ja gibt es ja nur die normalen wenn ihr den ultimate haben willst also mit xbox live muss ja geht ja nicht anders also naja gut aber 11 für 12 euro hast du hier top spieler halo und so weiter die normal dann 60 euro kosten im laden wenn du sie gleich kaufst day one das ist schon schon echt cool muss man sagen aber gut es lohnt sich schon also für viele spieler lohnt sich das auf jeden fall also ja würde ich auch sagen ja okay ich bin jetzt kein viel spieler ich habe ja auch den game pass aber ich kann ja mal kurz erzählen also ich benutze ihn nur ich nehme mir so als demo quasi wenn ich jetzt nicht weiß okay ist das spiel was für mich dann gucke ich in game pass rein meistens finde ich das denn oder einmal das also dann gucke ich rein okay ist nichts für mich dann kauf es halt auch nicht oder aber ich gucke auch manchmal rein und entdecke spiele die ich gar nicht auf dem schirm hatte oder halt wo ich sage hat das spiel da hätte ich gar keinen bock drauf eigentlich aber dann gucke ich trotzdem mal rein weil kostet ja nichts einfach mal kurz installieren was heißt kurz also dort ja ewig aber egal und dann gucke ich rein und dann denke ich ach naja entweder besteht sich denn meine meinung oder eben nicht das so gesehen ist der game pass was für mich ist super also wenn man wenn man kein sammler ist sowieso dann ist es egal ja dann ist es optimal so aber gut wir wollen jetzt hier keine werbung machen für den game pass wollen jetzt das macht microsoft schon genau das nicht zu knapp ja das ist aber so schon nervig zum glück ist keine messe haben sie aber auf den messen immer großen game pass stand immer gehabt weil sie ja ständig aber gut ja die wollen dass das das soll netflix für spiele wenn jetzt haben sie es auch zugegeben also und was ich auch nicht gekriegt habe dass die x cloud die kommt ja auch mit in den game pass ja aber nur im ultimate nur im ultimate ja aber das ist natürlich schon aus nochmal wenn das dann irgendwann mal klappt das wird ja noch aber ich denke mal der game pass wird dann auch teurer werden das ist so meine befürchtung vielleicht nicht am anfang aber auf dauer könnte ich mir das auch gut vorstellen dass er teurer wird ja das könnte ich mir auch vorstellen dass er vielleicht auf 15 16 euro vielleicht hoch geht vielleicht auch auf 20 wo das wäre ein bisschen extrem dann kann sich auch schon sehen was sie euro pro monat das ist schon aus das wäre ein bisschen zu viel das glaube ich nicht dass das ist echt zu viel dass das könnte machen wir so eine monopol stellung kam aber dazu wird hoffentlich nicht kommen ja ja sicher also finde ich aber ich muss da sagen also ich habe ja dieses playstation now im abo da habe ich gleich so ein jahres ding wo das am günstigsten war eine zeitlang war es richtig cool aber jetzt können sie langsam wieder neue spiele coole nachschießen das lässt doch ganz schön nach muss ich ehrlich sagen ich glaube diesen monat kam gar nichts doch es kam irgendwas aber es war echt nichts das habe ich schon wieder vergessen das war nichts besonderes aber das wird so schon mager ein bisschen control kam ja letzten monat finde ich sehr geil habe ich auch eingezockt und so also das ist schon schon geil was sein triple würde ich schon sagen naja die müssten jetzt langsam mal neue spiele nachschießen vor allem müssen sie mal ihre eigenen spiele ein bisschen mehr reinbringen die hatten ja mal gott of war drin gehabt das reboot sozusagen aber was haben wir nach einem halben jahr wieder rausgenommen so schade finden das ist aber diese großen titel diesen maximal sechs monate drin ja aber immer ernsthaft also gott of war ist jetzt zum playstation hits ding für 20 euro kriege ich das egal jetzt online oder auch als retail hey das ist doch nicht mehr so viel wert das können sie doch in playstation now reinpacken dauerhaft also der letzte große titel der kam war metro exodus letzten monat ist für mich kein großer titel aber also ja aber generell ja aber das ist schon zu alt auch nur bis 30 november dann kann noch bis oder zwei sind noch älter und jetzt kommt der hammer nesca hit 4 naja das ist echt nur was für fans würde ich sagen also gut das soll ganz gut sein so aber da musst du schon finden sein warum nicht ein altes gran turismo reinhauen oder so hier ein gran turismo sport oder was auch immer das kauft doch sowieso keiner mehr das ist doch schon alt ich meine die fans haben es doch schon erst gekauft warum nicht leuten zeigen die vielleicht noch nicht so viel an oder nicht so viel zu tun haben mit dieser spielserie würde dann auch wieder nur sechs monate drin sein hundertprozentig ja wahrscheinlich das lohnt das ist ja beim rennspielen ja sinnlos naja das ja schon mal online ausgelegt ist ja na gut das ist ein anderes thema lass uns mal beginnen mit showcast uns kommen wir ja nicht voran ich habe wir haben gar nicht vor abgeklärt wollen wir wie gehen wir chronologisch ist das okay für dich ja ich habe das ja auch so hier okay weil sonst kommen wir ja das stimmt halo infinite was hast du ja war ja erst erst mal ist ja nur ein render trailer und dann man ja gameplay zum ersten absturz und dann hat er das gameplay angefangen was war schon da dachte ich okay jetzt das haben sie jetzt geschnallt dass sie doch wirklich gameplay rein machen und nicht nur diese in game trailer oder in game szenen zu sehen oder was auch immer aber ich muss sagen ich weiß nicht für mich ist das halo ist es immer dasselbe irgendwie bist du ja für mich auch alles ich bin keiner ist und fertig naja genau also ich bin kein kein halo fan weil ich ja damals ich hatte ich war ich war ja immer auf der playstation unterwegs und mit halo habe ich jetzt quasi erst berührungspunkte gehabt mit der playstation one playstation mit xbox one sorry ja schon spät ich bin müde mit der xbox one und zwar diese da gab es ja diese collection die masterchief collection da habe ich dann mal reingeguckt und ich habe auch halo fünf mal was das mal so vier fünf stunden habe ich da auch reingeguckt und ich muss sagen ich mag ja science fiction eigentlich schon und ich fand bei halo sehr cool die gegner die sind die sind schon intelligent die haben ja auch immer diese schilder und so also sie sind nicht so 08 15 keine ballerbude ist das so würde ich jetzt nicht sagen die sind schon intelligent dass das ist auch das was halo so ausmacht unter anderem und dem multiplayer auch und so weiter aber wie gesagt ich sehe es so ähnlich wie du ich finde auch so das ganze universum ist so ein bisschen so steril und wie also dieses wo es spielt halten aber es ist so ein bisschen okay dann fährst du halt so rum mit dem war hook oder wie der heißt oder ja das ist ja so openwork mäßig immer aufgebaut ja ich finde ich finde es auch so ein bisschen kühl so die atmosphäre das mag ich nicht so gerne ich habe einmal ein halo gespielt das war auf der 60 das war hey du hier ist das ding vier ja ja viele teile soll ja so soll so ganz cool sein also so sowie halo reach oder helix glaube ich noch besser aber halo 4 weiß ich gar nicht hat glaube ich aber die halo 3 glaube ich wird so abgefeiert von dem fans aber ich will nicht mehr so sehr halo 3 und ist genau ich glaube aber wie gesagt es ist ja dieser jetzt nicht dieser spin-off was das ist ja ja genau aber ich will mich da jetzt auch nicht zu weit auslehnen weil ich bin in diesen halo in universum bin ich nicht so bewandert sage ich jetzt mal ich ich auch nicht so überhaupt nicht ich meine was das was wir waren das egal irgendeiner der da gelabert hat er hat ja gesagt das ganze spiel wird 60 frames haben und nativ 4k das ist natürlich schon ansage aber nur auf der xbox series x aber das ist schon das was die leute auch haben wollen also konstant die 60 frames und ich glaube beim shooter sollte das eigentlich auch standard sein bei shooter und rennspielen das sollte standard sein also zumindest die 60 fps das ist halt leider nicht selbst für die neue konsolengeneration auch für die playstation 5 haben sie gesagt naja ob das in allen spielen wirklich 60 fps ist weiß ich nicht also das haben sie schon eingeschränkt das ist schon traurig eigentlich das liegt ja auch immer am entwickler liegt ja mal entwickler ja ich hatte halt so wo ich das gesehen habe ich dachte okay ist geil für die fans also wer jetzt wirklich xbox fan ist und auch auf dieser halo schiene da ist irgendwie für die ist es natürlich geil und für die war der opener auch richtig richtig cool denke ich mal also da sieht ja viel auch war abgegangen war bei halo nicht immer die die ganzen hat in der waffe immer drin gewesen eigentlich schon das war ja da jetzt nicht der fall war zwar auch aber da war noch neben dran hat also im bildschirm halt das fand ich ungewohnt keine ahnung ich gesagt ich kann da nichts zu sagen das da bin ich nicht ich weiß es auch nicht aber ich wollte meinen das war immer so dass das immer in der waffe mit drin war aber ich meine auch dass ich das so gesehen habe schon aber wie gesagt kann mich da jetzt auch täuschen was mir hat aufgefallen ich fand zeit ich habe immer auf ruhe geguckt weil ich wusste die ganze show geht ja eine stunde und dieses halo ding das ging halt zwölf minuten ja komm jetzt mach mal ist gut jetzt ne weil ich will noch andere spiele sehen ich fand schon ziemlich lang aber klar das ist früh gezeigt fand ich direkt am anfang nee ich fand es eigentlich richtig ich fand es ja scheiße bei der playstation dass mit gta 5 angefangen haben das ist ein scheiß opener gewesen ich weiß nicht ob die geld gekriegt haben von rockstar um das halt so zu präsentieren danach kam ja glaube ich spiderman was natürlich wieder geil war aber ich hätte besser gefunden wenn es umgekehrt wäre weiße ich finde das schon eine präsentation muss immer geil anfangen und geil enden ja und ja das haben wir und gta exklusiv ja da geht es ja schon aber wie gesagt ich denke mal der zoni geld für gekriegt dass die das halt am anfang stellen mussten oder sollten oder so immer aber das ist jetzt eine spekulation wie gesagt also halo für die fans ist es geil für mich ist jetzt nicht so unbedingt ich werde es mir sicherlich irgendwann mal holen in der gabelkiste für 20er dann zog ich es auch mal an oder so aber ich bin da nicht gab da auch nicht so den background ich kenne die story nicht masterchief klar kenne ich schon aber so naja mir fehlt das hintergrundwissen eigentlich auch ich werde es mir nicht gut das weiß ich dann hole ich es mir und spiele sie nicht ja gut dann ist auch sinnlos klar ja aber ich würde es mir schon also ich hätte schon mal bock da mal anzugucken das ist auf jeden fall ich würde jetzt nicht so sagen ich bin total dagegen und wie das nicht ich habe doch schon mal bock rein zu gucken aber ich bin halt da kein fan weil ich halt eben damit nicht groß geworden bin oder beziehungsweise ich habe da keine historie mit deswegen aber ich habe von vielen gelesen irgendwie halo dieses halo orientiert sich an den alten halo teilen und das wiederum dass da flippen ja alle bei aus weil die letzten eben gerade vier und fünf wahrscheinlich hat ja viele abgeschreckt viele halo fans so beinharte und ja gut wenn das alte wenn dieses neue halo infinite sich an den alten orientiert okay dann ist natürlich auch cool für die fans sondern haben sie auch wirklich auf die fans gehört und das finde ich wiederum ziemlich cool ja ich glaube gerade teil 5 hat viel schützt und abbekommen am anfang ja also du kannst dich jeden befriedigen das ist nun mal immer so eine art und setzungen genau das ist nicht so einfach aber okay ja also nächstes habe ich zumindest auf dem schirm das war aber noch ein render trailer das war noch die k3 genau das war ja so eine frau eine frau hintergrund war das ein hirsch oder sowas in der richtung gesehen oder so ein zombie hirsch genau ist dann auf einmal zum zombie geworden also ich muss ehrlich sagen ich habe es gesehen und dann habe ich so gedacht wow die machen jetzt so ein bisschen zu last of us nach so weißt du so habe ich auch im chat gelesen habe ich im chat gelesen hat er geschrieben kommt last of us 2 auch für xbox ja das so also zumindest so kopiert ne weil es heißt so survival ding und so dann wieder frau natürlich so dafür frau die sich da so durchschlägt ja und dann kam state of decay also da bin ich leider auch kein fan von ich habe eins und zwei mal reingezockt ich glaube du hattest mir denn im kommentar hat mir auch dem von abgeraten mal und da muss ich auch recht geben das fand ich jetzt nicht teil 2 war dann okay aber ich habe es auch wirklich sehr spät erst gespielt wahrscheinlich haben sie bis dahin schon einige sachen rausgenommen und ich hatte das ja noch vorm launch sowieso ja okay da haben es natürlich noch keine das war ja version 1 0 das war ja total verpackt da sind figuren ohne kopf gehabt oder ohne torso naja ja ich finde es auch grafisch also 1 und 2 fand ich nicht besonders ich mag diesen multiplayer aspekt nicht und das ganze setting spricht mich persönlich nicht an ich muss dazu sagen also ich fand den trailer den wir da jetzt gesehen haben der sah schon ganz geil aus aber wahrscheinlich wird es dann doch wieder wie wie man es halt kennt wie state of decay halt ist ne also ja von daher mein fall ist es auch nie gewesen weder 1 noch der zweite teil werde ich nicht mit warm weiß ich auch nicht so eintönig auch machst immer dasselbe im endeffekt also latscht irgendwo hin bringst irgendwo was hin und dann wieder zurück aber scheint ja fans zu haben sonst würden sie keinen dritten teil machen ja irgendwas mit labs auf jeden fall das stimmt ja er ist ja auch egal aber wie gesagt mein fall ist es nicht ne meins auch nicht da kommen wir gleich weiter zum nächsten kein gameplay trailer forsa motorsports ja ohne 8 ohne alles ja genau also ohne ohne zahl das stimmt von turn 10 wieder ich denke mal dass das so so gesehen remake ist oder neues ding sag ich jetzt mal oder wie gut es könnte auch so ein best of sein vielleicht mehrere strecken von von alten teilen in einen zusammengeknallt aber das hätten sie wahrscheinlich gesagt das kann ja sein dass das reboot ist wie damals mit tun weder gemacht haben dass sie sagen okay wir machen jetzt aber komplett neu wieder von vorne an so gesehen aber da kann man viel spekulieren weil eben kein gameplay was auch sehr schade ist gut ich bin ich mag vorsatz sehr gerne aber vorsorger motorsport bin ich jetzt nicht so sie finde ich auch cool aber ich bin da kein so riesen fan ich mag halt lieber die forsa horizon geschichten die finde ich halt geiler ich mag er diese arcedigen sachen und sieht halt optisch cool aus und aber ja klar ich meine motorsport sieht auch gut aus aber ich mag halt lieber so in der gegend rumcruisen und sowas finde ich irgendwie geiler du bist ja der open world fahrer ja obwohl open world mag ich gar nicht aber ich mag halt so ich fand das letzte fand ich halt cool in england und davor halt australien und das finde ich halt schon ganz geil das ist das so in fremde länder rum fahren und so das ist schon geil also ich spiele ja beide in der motorsport oder weisen hier ist das eigentlich egal ich finde bei forza finde ich halt immer cool ist das dass das halt so nix haben wir schon mal gesagt aus akad und simulation ist am motorsport kannst du natürlich auch so einstellen dass es wie ein akade ding ist ja eben das ist ja dass das halt nicht so extrem ist wie jetzt im gran turismo oder so bist du eher der gran turismo spieler oder eher der forza typ also ich spiele lieber forza also vom gameplay her spiele ich nur vor der weil gran turismo das bin ich immer so steif ich mag beide eigentlich ganz gerne muss ich sagen aber gut so ein richtiges gran turismo haben ja schon länger nicht mehr gehabt ich hoffe das kommt mit der neuen playstation soll ja kommen also das naja ich wollte nein da war irgendwas von einem ceo oder irgendwas war da gewesen dass da irgendwas stimmt das logo wurde doch gezeigt auf jeden fall ja 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 dass das was kommt das weiß ich aber ob das wieder so eine abgespeckte version ist wie er sie ja kannte sie direkt okay gut dann also nicht irgendwie wieder so untertitel wie jetzt bei sport sondern richtig drauf haupttitel können wir in fünf jahren mal darüber sprechen ja weil kann das dauert immer ein bisschen länger aber ewig ewig das konnte wahrscheinlich wirklich ich könnte für wetten das gran turismo zum ende der der playstation 5 konsolengenerationen kommt garantiert oder die hauen wir so ein prolog raus was hier für 30 euro oder von 20 euro könnte schon mal rein zocken das richtige spiel kommt in den drei jahren ich hoffe nicht aber dann dann kriegen die shitstorm aber sowas von weil das haben sie schon bei 45 ich glaube sechs haben sie es auch gemacht ja also da weiß ich nicht ich glaube das funktioniert in der generation nicht mehr die könnten die können die demo raushauen im store oder so das können sie machen aber nicht so prolog wo nur irgendwie drei vier autos und fünf strecken keine ahnung also ich hoffe sie machen es nicht na gut ja wollen wir weiter ja das kult entwicklerstudio bringt everwild siehst du wer habe ich aufgeschrieben ich habe vergessen everwild war das ja was war das für waren das so feen oder was war sehr sehr bunt ach ja aber auch wieder nur render ja kein gameplay leider also das dritte ding hintereinander ohne gameplay halo das erste war noch mit gameplay das war jetzt wieder ohne gameplay schade aber everwild gut ich denke mal das braucht nicht unbedingt gameplay weil das das wird schon gut aussehen auf jeden fall so da werden wir später sowieso noch mal gameplay zu sehen bekommen ich war ein bisschen schräg aber okay also ich bin da nicht gehypt drauf aber ich bin neugierig auf diesen titel sagen wir mal sowas meinst du interessant werden sag ich mal also man hat ja kein gameplay gesehen das ist das traurige was heißt das heißt man kann sich nicht wirklich was darunter vorstellen das ist immer das problem was ich bei render trailern habe das stimmt aber irgendwie das was ich erkannt habe ist wo du agierst da mit komischen wesen also die sind jetzt da sind hier unbedingt deine feinde also nicht nur irgendwie ja und was machst du halt mit diesen wesen und die wiederum produzieren sich selbst oder erschaffen etwas oder was auch immer ich fand es interessant aber man kann da echt schwer was zu sagen also muss man wirklich noch abwarten und ich denke das wird auch noch lange dauern ich war da ich glaube das ist sowieso generell fand ich bei diesem showcase dass wenig daten gab wo man sich darauf verlassen kann wurde sagt ich immer alle aufgeregt dass sony keine daten raushaut er weit macht jetzt genauso ja beide beide kacke ja als nächstes don't not magst du das studio bist du so live wie strange spieler oder ist das eher so nicht habe das gesehen ich so das kann nur irgendwas mit leid ist strange irgendwie zu tun haben ja ich habe die grafik gesehen ich so alles klar aber es waren viele viele bilder waren schon bekannt die haben sie ja schon mal gezeigt in diesem anderen event xbox inside weiß nicht mehr welches davon aber da haben sie schon viel gezeigt also es war jetzt nicht alles neu was da gezeigt haben auf jeden fall hast du jetzt wieder eine figur die wieder irgendwelche komischen kräfte hat naja klar das ist ja irgendwie so ein transgender oder irgendwie so ich weiß es nicht genau wie wir jetzt nichts falsches sagen aber irgendwie so der wahrscheinlich auch die spitzel bin gespannt der grafikstil den fand ich gewagt sage ich mal echt fand soweit ich fand eigentlich der grafikstil war doch recht ähnlich wie life is strange fand ich eigentlich so ja aber das war so nix sage ich mal so comic look und auch irgendwas anderes mit bei das war von der optik her saß also mir hat es gefallen auf jeden fall von der optik mir ist auch gefallen aber ich fand eigentlich doch erst sieht halt aus wie life is strange aber ich finde life is strange sehr cool und ich freue mich auf das spiel aber ich finde halt das ist ein spiel ja gut das ganze eigentlich zur not noch auf der playstation 3 zocken wahrscheinlich von der grafik her also nicht dass der stil schlecht ist aber es ist jetzt kein bombast grafik braucht brauchen solche spiele wahrscheinlich auch nicht es ist halt so ein zeitloser grafikstil ja genau das ist ja auch gut ist also spiel aber da freue ich mich auch drauf und ich glaube das ist noch gar nicht mehr so lange hin jetzt glaube hatten sie glaube ich angekündigt die erste episode kommt jetzt im september man ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben weil ich meine die erste episode ist wie auf jeden episoden ding oder verwechsle ich das jetzt aber ich meine xbox studios 27 august 2020 also okay das ist ja dann schon jetzt demnächst erste episode also für xbox one zumindest ich weiß gar nicht warum aber dass die xbox machen das fand ich schon ein bisschen krass dass die die don't know studios das habe ich gar nicht mitgekriegt dass sie die gekauft haben ach nee aber ich denke jetzt ist wahrscheinlich auch nicht gekauft haben sie die auch nicht aber ich denke mal weil das kommt ja das ist für zeit exklusiv das kommt ja das kommt ja von den xbox game studios sicher habe ich hier in der e mail der pressemitteilung die haben doch nicht download gekauft muss ja irgendwie ist ja irgendwie oder oder die haben irgendwie vertrag okay hier macht uns jetzt das eine spiel exklusiv für die xbox wahrscheinlich so sowie wie früher remedy oder so die denn vertrag haben von fünf spielen sage ich jetzt mal und ihr bleibt aber trotzdem unabhängig von uns so könnte ich mir vorstellen dass das noch in die studio ja double vielleicht oder oder in die irgendwie so dazwischen würde ich behaupten aber ich bin gespannt auf das spiel also das reizt mich wirklich das reizt mich richtig weil ich mag die leiten ist strange reich sowieso warum also ich bin auch gespannt warum das jetzt nicht leicht ist strange heißt keine ahnung ja weil es halt nicht die beiden ladies sind ne das ok stimmt hast ja recht das war ja bei den längern auch nicht bei den bangels oder es wird eine neue reihe das kann natürlich auch sein kann auch sein ja ja gut life is strange 2 genau das war mit den beiden jungs das hat ja auch nicht so gute kritiken gekriegt also von den fans zumindest ich fand ich fand's gut also ich habe es noch nicht gezockt weiß aber dass nicht so besonders gut angekommen ist viele haben die beiden da vermisst die beiden mädchen und naja gut ach so du meinst aber ja genau aber gut man kann es nicht ein recht machen ist halt immer so ne ja das nächste studio ist auch und in die entwickler aber ein sehr schönes würde ich sagen das sind die moon studio aus österreich die haben kein neues spiel gezeigt aber ori and the world of the wisp in 120 fps und nativen 4k ja stimmt das ist dieses upgrade wenn ich es jetzt mal ein upgrade genau das ist natürlich schon geil ne ja aber mein fernseher wird das jetzt nicht zeigen oder monitor habe ich jetzt auch nicht aber wer das hat wer die hardware zu hause hat der kann das denn schon genießen würde da kam bei mir so die erste ernüchterung ja das war auch nur kurz von daher ja das war nur so ein kurzes interview war das ja ja und dann so im hintergrund haben die vergleichspieler dann gezeigt genau also es war wirklich das war ja drei minuten oder sondern war das wieder erledigt für die fans ist es geil also ich habe es noch nicht gezockt muss ich sagen ich habe hier aber die collectors oder was das ist habe ich hier stehen aber ich werde jetzt natürlich auch erst auf der xbox csx zocken und nicht vorher weil da warte ich natürlich noch drauf aber es war ja auch relativ verbuggt am anfang soll jetzt ja stimmt soll ja jetzt ganz gut laufen mittlerweile aber am anfang war es doch sehr verbuggt im abgesehen vom pc pc lief von anfang an recht gut aber naja das hat auch kein datum jetzt ne aber naja gut aber da vermute ich mal dass das wirklich ab release ab konsolen release diesen patch bekommt das ist halt auch 120 fps läuft ich habe hier halt nur dass das optimiert für xbox series x ist habe ich auch so eine kleine liste unter anderem auch forza horizon 4 und halt uri auch unter anderem und gears 5 habe ich ich habe die liste auch irgendwo gelesen gears 5 ist noch dabei gears tactics und sea of thieves oder zumal gears tactics ja noch gar nicht erschienen ist also für die xbox one also naja mal gucken das soll jetzt aber kommen ja habe ich so gelesen dass das jetzt zumindest angekündigt wurde für die xbox war ja das kommen soll weiß ich auch aber ich habe jetzt keine datum und da habe ich jetzt auch nicht da müsste ich meine ganzen e-mails durch posten das dauert dann müssen wir einen extra podcast machen achso wir waren bei uri ja ja was hast du noch was zu sagen oder war noch nie so mein fall irgendwie weiß ich nicht viele feiern es mein fall ist es jetzt noch nie gewesen aber das soll sich heißen dass es ein scheiß spiel ist ja ich habe ich kenne keinen teil ich habe die zwei hier aber ich habe es noch nicht gezockt was mich ein bisschen abschreckt bei dieser geschichte ist das soll ja ultra schwer sein beide teile da traue ich mich noch nicht so daran habe ich schon keine lust der zweite soll ja noch schwerer sein wahrscheinlich ja diese verfolgungsszene soll sehr schwer sein aber gut und das hat eine extrem lange spielzeit auch für so titel ja 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 gut okay das schreckt mich mittlerweile nicht mehr ab ich habe jetzt odyssey da habe ich schon so 40 50 stunden drauf das für mich sehr sehr lang ist ja wo bist du da bin ich ne 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 da kam gameplay das habe ich noch aufgeschrieben erst kam renner trailer hast recht aber dann kam gameplay ja klar wo er da auf dieses komische viel geschossen hat wird dieses große schiegel wieder nicht viel das war wirklich nur kurz ja aber aber es war gameplay definitiv war jetzt auch nicht so wo ich sage wow das sieht aber geil aus es ist halt nur ein addon oder dlc ja klar es ist nur ein addon aber es war gameplay und hast du outer world schon gezockt nee gar nicht ich auch nicht ich habe es ja auch liegen ich möchte es auch zocken aber ja ich habe gerade naja wie es halt so ist man hat so viel zu zocken da kommt man nicht dazu aber interessiert mich auf jeden fall aber es steht auch so in der pressemitteilung dass lediglich neue inhalte hinzugefügt werden zu dem normalen out of works du steht hier wahrscheinlich ist das in der welt eine welt oder so lasch da irgendwo lang aber hier steht ja auch brandneues abenteuer blablabla also werden da schon ein paar missionen auch mit dabei sein logischerweise wenn es ein dlc ist ja klar das stimmt also hätte wird schon was zu sehen sein also wie gesagt guckt jetzt vielleicht noch mal anders ist denn auch das gameplay da war also es war ich jetzt halt nicht geil aus also aber mich spricht das hat an ist halt so 50er jahre setting so ne ich finde ich finde den grafiksteen finde ich genial ja den machte ich auch also aber ich bin da nicht so drauf gehypt also ist jetzt einfach nur so das nehme ich halt mit gerne aber es jetzt nicht so ist da freue ich mich aber darauf jetzt irgendwie das so nicht so ein titel den holt man sich mal spügt man das wenn es einem gefällt dann okay wenn ich ja dann nicht genau ja und dann kam was ich nicht mal ganz kurz da wollte ich mal fragen so outer world ist das von obsidian eigentlich auch das ist private division private division okay ach ja stimmt ja aber obsidian kam dann als nächstes und da haben sie als erstes gezeigt grounded das kannte man ja schon da gab es zuvor ja schon einige gameplay trailer aber auch richtig so mit mit entwickler interviews habe ich schon auf youtube gesehen und das ist ein titel da war sie noch nicht so also der kommt jetzt den ist ja man kann sich schon installieren 28 juni ja ja die kannst du jetzt auch schon installieren auf der xbox zuvor installieren wenn du ein game pass hast und dann direkt lossocken ich war erst abgeschreckt von dem titel also jetzt nicht in dieser show sondern von anderen trailer weil das war wieder fürs person das mag ich zurzeit gerade nicht mehr ich bin ein bisschen von ab und dann habe ich aber gesehen man kann nur umswitchen auf third person das wiederum finde ich sehr cool und also ich sag mal so ich bin nicht so der crafting typ ne aber wenn es wenn das crafting sich in einigermaßen im zaun hält also sich nicht so ausartet dann finde ich es wiederum ganz cool ich mag halt die diese idee dass du so ein kleiner mensch bist im garten der darum läuft das finde ich ganz witzig also steht sie du bist auf die größe einer armeise geschrumpft hattest du vorher noch nichts davon gesehen oder so gar nicht irgendwie oder ich habe es vergessen kann natürlich auch sein ja also ich bin da echt gespannt drauf und ich freue mich da ein bisschen drauf muss ich bin nicht gehypt aber ich freue mich drauf aber wo ich richtig bock drauf habe da hat man leider gar nichts von gesehen aber ist dieser trailer sah ganz cool aus und zwar ist das dieses es sagt für mich so so ist hoß gleichmäßig aus ja ein bisschen fand ich auch und kam ja aber auch nicht lange nein wieder nur ein trailer ja ohne gameplay es fing an mit einer burg die denn da da haben sie den pfeile geschossen ein pfeil fielen irgendwie so in so ein dungeon rein sage ich jetzt mal und da war halt ein typ ja ja da war ja dann in dieser egel perspektive oder dann schwert in der hand hielt ja genau also das war ja dann hat sich da irgendwie war vielleicht gelb der fünf sekunden vielleicht ja fünf sekunden schon das ist schon so lange vielleicht zwei aber dann habe ich so gedacht hey da ist irgendwas rot leuchten ist da kommt jetzt ein drache oder so und war aber nicht naja ich bin bei solchen spielen bin ich immer auch so sehr sehr düster gehalten war alles da mache ich mir wangst wieder in die hose ich kenne mich ja aber das ist ja kein horrortitel das wird nur fantasy sein das ist ja kein horrortitel glaube ich nicht also ich sag mal wenn du state of state of decay spielen kannst du kannst du das erst recht spielen ja gut state of decay ist der kindergarten wenn du so willst ja gut aber sag mal dann kannst du sowas aber auch spielen was soll da passieren das ist ja wahrscheinlich nur so da werden ja keine zombies oder monster rumrennen sondern ich denke mir eher wenn sie mit dem dritter am pfeilen dann wird wahrscheinlich vielleicht bei orks oder drachen und sowas stelle ich mir dann eher vor ja dann mache ich mir eher bei dem anderen spiel in die hose also guck mal was später drauf die ist eine hohe ok ja da kommt noch ein horror ding ich weiß gar nicht was da ja ja jetzt war es ziemlich am ende glaube ich war das aber egal ja als nächstes fand ich ein spiel wenn du da habe ich auch an dich gedacht wenn du life is strange und solche spiele der magst oder konnte cream dann müsste das eigentlich was jetzt kommt genau dein ding sein für mich übrigens auch es das port oder ja ja sah auch sehr also sah sehr nach adventure aus deshalb kam ja auch kein gameplay ja logischerweise macht sich beim adventure immer so schwierig ja ja ich weiß nicht ob das wirklich das kam ja einmal ist sie doch da so lang gegangen so ein bisschen stockend also so immer so in ich kenne den fachlichen begriff nicht also wo sie da so lang ging und dann kam eine szene dann ist sie fünf wieder gegangen die nächste szenen fünf meter und stand an diesem haus ich weiß nicht ob das gameplay war genauso wie dieser banküberfall oder was das war dann kann man das schlecht sagen das ist genauso wie bei dem spiel zuvor hier von dort nach wie heißt es tell me why da kann ich auch schlecht sagen war das jetzt gameplay oder kein gameplay war da ja das stimmt aber das sind halt diese ja diese grafik adventure ja war weiter weißt du nicht ist das jetzt gameplay oder ist das eine zwischen sequenz das ist aber ich habe doch voll bock drauf das ist so ein wir haben das genannt interactive drama und ja also also konnte wie mäßig genau nicht ganz so hübsch klar aber das ist eine ganz andere hausnummer naja klar also konnte braucht ja auch sieben jahre für ein spiel und das ist wahrscheinlich schon zwei drei jahren abgelehnt ja gut quantic dream die scannen ja auch die schauspieler alle ein ja das sieht man auch also ich bin ein großer fan von quantic dream wir haben vorhin im vorfeld hier darüber gesprochen aber also alles mag ich nicht aber doch also ich finde schon ziemlich geil also aber ich fand diesen trailer eben auch cool hier von s das das falls ja so ein bisschen anders aussieht als life is strange hat einen anderen grafikstil aber hat mich doch sehr angesprochen muss ich sagen finde ich richtig cool ich bin sehr gespannt drauf war das xbox exklusiv weiß ich jetzt gar nicht ja doch game studios ja ja xbox game studios leider ich mag dieses exklusiv nicht sage ich jetzt mal gerade wenn solche spiele sind die eigentlich auch multiplattform rauskommen könnten ja kann ich kann ich so nicht ganz nachvollziehen wenn du alle konsolen hast spielst du keine rolle ist ein bisschen reiner trophäen sammler dass du sagst das hätte ich lieber die trophäe für anstatt den gamerscore ich bin froh wenn das mal nicht bling bling macht ich finde es geil ich brauche das also ich bin kein hunter also das nicht aber ich mag aber das hat noch gar kein datum das wird nicht lange dauern vielleicht vielleicht anfang nächsten jahres oder so ich glaube nicht dass wir da ewig dran rum basteln weil sonst hätte ja wenigstens da gestanden 2021 20 oder so war ja gar nichts wie gesagt ich habe kein einziges datum bei der ganzen scheiß präsentation gesehen nicht ein einziges da kam ab und zu mal ganz am ende immer vom trailer okay da kann sein dass ich das da da habe ich meistens hier sachen notizen gemacht da habe ich nicht drauf geachtet kann natürlich sein dass das übersehen habe ich habe auch nicht alles aufgeschrieben habe ich habe ja die e mail zum glück vor mir kann ich ja immer schnell gucken naja das ist auf jeden fall vorteil das ist aber auch von studio was keine sau kennt das ist nämlich von im interior und neid ja ja das habe ich habe es aufgeschrieben aber dachte ich auch so das habe ich noch nie gelesen oder gehört aber hier steht nämlich was pass mal auf das ist mich interessant unter der leitung von caroline marschner der ehemaligen chefdesignerin von quantic dream aha habe ich mich gerade so überflogen den text ja das ist interessant auf jeden fall dann kann man schon mal wissen wo ungefähr die reise hingeht also nicht dass das jetzt ein gleiches setting ist natürlich aber dass die denn halt dass du vielleicht denn auch möglichkeiten hast verschiedene wege einzuschlagen also ist ein höheren widerspielwert hast vielleicht was du hast du das wäre schon ganz cool geht es um die geiselnahme so wie ich das hier lese ja das werde ich aber ganz cool also ist natürlich dann interessant also dass man wirklich sagt okay jetzt habe ich den weg eingeschlagen ich zeige es jetzt noch mal oder zumindest die eine szene und in einem ganz anderen weg das finde ich immer ganz cool so dieses was wäre wenn du spielst irgendwie jemanden der geiselnahme ist und über jahre hinweg dann zu einem erwachsenen menschen heranwächst in dieser geiselnahme irgendwie okay das hört sich gut an das klingt interessant das klingt interessant haben wir auch noch nicht gehabt so ein setting so nicht auf jeden fall also wie gesagt ich mag solche spiele aber naja gut es war jetzt natürlich jetzt ist es auch kein triple ja das ist richtig wie viele eigentlich nicht wenn ich immer so mehr meine liste angucken aber gut kommen wir nicht viel mehr gut zwei ja eigentlich jetzt noch bis jetzt einmal das nächste wird auf jeden fall krass halo infinite und forza das sind zu zwei naja vielleicht aber wild auch also da weiß ich noch nicht so hey blitz war ja würdest du sagen es sind zu belading ja nun jetzt das ist jetzt nicht unbedingt von triple studio aber das geht schon in diese richtung es geht so in die richtung hast recht hat auch kein gameplay gesehen jeder kann und interview da war noch ein interview und dann kam dieser dieser ankündigungstrailer im hintergrund von damals ist das denn hellblade 2 ist das exklusiv für xbox und pc also oder kommt das auf das ist xbox game studios ja das ist der erste teil der kam ja erst für playstation und als später glaube ich für xbox war ja auch ein zeit exklusives ding vielleicht ist es ja hier auch auch wenn ninja serie jetzt microsoft gehört aber es wäre traurig wäre traurig wenn der zweite teil nur für eine bestimmte konsole kommt in der erste teil gibt es halt für alle das ist ja grundsätzlich ja ich meine dir kann es egal sondern du hast eine xbox ja aber ich finde es halt für die leute die jetzt die playstation haben und sich den ersten teil gekauft haben damals zum launch ja die gucken dann doch in die röhre ja aber das ist doch immer so also ich meine klar das ist jetzt der zweite teil da gebe ich recht ist noch ein bisschen was anderes aber wenn ich jetzt nur eine xbox habe dann gucke ich auch wenn ich hier horizon zero dawn spielen möchte ist auch scheiße oder oder jetzt hier ghost of shima ja kann ich auch nicht zocken ist halt so wenn ich nur eine playstation aber kann keine halo zocken sein ich habe einen supergeilen rechner oder so oder dafür brauchst du dir auch wieder wieder so viel geld kannst du auch gleich nichts ja ist also zur not halt eine xbox s xbox one s die kriegste habe ich heute gesehen 120 euro mit controller gott neu ja habe ich gesehen bei mediamarkt ja microsoft hat ja auch jetzt die produktion der xbox one x und der xbox one s all digital eingestellt ja die preise fallen auch warum stellen sie die band x1 damit die leute die lockhart kaufen die sie leider jetzt nicht vorgestellt haben da kommen wir später noch zu aber ich denke mal deswegen ganz einfach das kenne ich so nicht von microsoft geht das eigentlich nicht dass die direkte produktion einstellt um fertig das haben ja vorher nie gemacht das recht aber was mal ganz ehrlich ich denke mal die haben noch so viel auf halde von den konsolen weil es ist xbox ist nicht xbox one war nicht so der bringer muss man halt so sagen und wenn ich mal so gucke bei mir im saturn in hannover oder hilfs haben wo auch immer da sind die paletten voll mit xbox ja das stimmt ja und da werden diese sagen okay die kennen die kennen die ganzen inventur listen und so weiter die wissen genau so viel haben wir ausgeliefert und so viel haben wir verkauft und da wissen die ganz genau jetzt liegen noch überall so viel rum die händler saturn und so weiter die kauft mir auch ein die werden keine mehr kaufen wenn die noch so viele rumliegen haben und dann wird microsoft sagen alles klar ja genau bevor wir die verramschen stellen wir die produktion ein ganz einfach genau wie damals mit der video haben sie auch einfach eingestellt wenn die überall rumliegt kauft jedoch keiner mehr ich war neulich das muss man ganz kurz erzählen ich war in der heide was der berufskraft war ich war in der heide in der nähe von bergen-welsen da ist ein ganz kleiner elektro da bin ich reingegangen ohne scheiß und da war die original video nur für 450 euro in der zombie edition original verpackt mit aufkleber mit siegel drauf kannst du noch kauf kannst du hinfahren kannst du kaufen versuch mal im internet new video neu zu kaufen das ist gar nicht so einfach die ist schweineteuer vielleicht sollte sie kaufen und dann mit internet verkaufen irgendwas 600 700 euro gehen da los ja jetzt geht es dann nicht nur produziert gibt es nur noch gebraucht eigentlich und selbst gebraucht sind auch schweine teuer ich wollte nur neulich eine playstation 3 kaufen neu also ein original verpackt und alles für 400 euro ist das günstigste angebot aber so ist das denn die gehen auch hoch noch die preise gehen hoch ich habe zum glück zwei ps3 ja ich werde mir noch eine holen aber gut der habe ich mir gebrauchte da brauche ich jetzt keine neue aber wir schweifen ab als nächstes haben wir psychonauts 2 von double fine production da muss ich so lachen weil keiner im chat wusste was das ist nicht so kinder ist das ist ein altes ps2 spiel das solltet ihr eigentlich kennen ich hatte keine playstation 2 ich habe mit playstation erst bei drei angeboten doch ich hatte eine zwei aber nur ganz kurz ich habe dann aber ich bin richtig eingestiegen ist mit der playstation 3 und von daher kann dies auch nicht aber ich kannte den titel ich habe es auch nie gespielt für mich war das nicht ist ja so ein mäßiges so ich sag mal wird schon entklenkt ja gut nicht so aber ja war aber total schräg und total bunt und total abgefahren richtig bunt war der typ also wenn ich mal so richtig eingeraucht habe ich kann das leider nicht mehr machen weil ich berufsgraf fahrer mit ich glaube dann macht so ein spiel aus spaß aber sonst weiß ich so in normalen zustand hätte ich da glaube ich keinen großen bock drauf ist mir zu bunt und zu schräg das war ja gut das war ja eigentlich das haupt ding war ja eigentlich dass der typ am hintergrund gesungen hat darum ging es ja eigentlich jack black oder wie der nix na also das ist der aber der hat cool gesungen hat mich gewundert also ich fand es eigentlich ganz cool so also eine gute stimme da ist ja auch nicht mehr jüngste der band der ist ja nicht nur schauspieler der hat ja auch eine band glaube ich ich fand es krass aber wo ich das gameplay gesehen habe sag ich mal war ja gameplay dabei war aber auch in der ja 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 es sah schon nicht schlecht aus aber mein fall ist es nicht jemals auch nicht aber ich würde da mal reingucken also wie gesagt ich habe ja auch den game pass da würde ich sowieso ich würde glaube ich in jedes ding hier mal reingucken und außer in den nächsten spiel da gucke ich nicht rein weil da habe ich schon mal reingeguckt das ist mich das sind die zwei genau das ist ja von double fine double fine double fine ja ja das hatte ich schon gesagt auch kein datum auf kein datum leider ich glaube nicht dass sie noch so lange brauchen weil das hatten sie schon letztes jahr auch schon vorgestellt da war ja wie heißt er tim schäfer glaube ich dieser kult entwickler der war ja damals schon auf der bühne und hat dann stolz verkündet dass sie aufgekauft worden sind von microsoft und dass jetzt auch genug budget haben und ein etwas besseres spiel da ist es ja auch kein triple aim muss man ehrlich sein dass das double a ja und aber ja es ist schräg aber irgendwie ich habe da irgendwie ein bisschen bock drauf jetzt gerade wenn wir so ein bisschen labern irgendwie aber nicht jetzt so bock drauf also ich bin jetzt nicht so mega geheim aber mal gucken mal gucken ja ja krabbelkiste oder so wahrscheinlich finde ich mal also ja zumindest aber jetzt direkt zum launch würde ich mir das jetzt nicht holen für vielleicht 40 euro kosten oder was ja ja ne würde ich aber auch nicht also das ja als nächstes destiny 2 beyond light der untertitel also sagen wir gar nicht dazu geschrieben ja das hat das hat einen untertitel das fand ich ja auch interessant ok naja die gibt es gibt ja keine 34 mehr die wenn ja das ist es nicht zwar wird aber immer nur noch erweitert das haben sie ja mit 1 auch vor hat aber nicht funktioniert ne dann wollten sowieso den reboot machen und dann was gleich das sind die zwei ich weiß nicht ich bist du destiny spieler oder warst du es mal ich habe das das gab es ja mal kostenlos mit ps plus gab es das ja mal kostenlos ich habe bis jetzt noch nicht gespielt nicht einmal ich habe den ersten ja damals gespielt das war durchgespielt damals alleine im ersten teil nicht schlecht aber ich mag diese lootshooter ich bin da kein fan von irgendwie ich bin auch weg von lootshooter ich habe ja mal ein video gemacht über lootshooter wo es abgefeiert habe aber mittlerweile habe ich so ein bisschen schnauze voll davon ist mir ein bisschen zu viel geworden ich habe destiny 2 jetzt noch mal gezockt was heißt nicht jetzt aber vor ein paar monaten auf der stadia war es halt umsonst und da habe ich mal reingezockt da fand ich ganz cool dann habe ich halt auch noch mal auf der xbox one gezockt nur so um zu vergleichen fand ich es auch sehr gut aber ich hatte noch schnell über gehabt diese diese ewige ballerei das hat mich dann genervt und wie das wird zu viel geballert ich mag ballern aber nicht so nonstop irgendwie ja aber die ballerster ewig auf den gegner ein bis der umfällt ja das die ballets bonds dass diese diese kugelschwemme und das ist auch nicht so meins aber es sah gut aus ich fand den fehler da gab es gab gameplay zu sehen und es sah richtig gut aus muss man wirklich sagen fand ich und das ist nicht meins erscheint am 10 november diesen jahres sogar schon aber das ist da werde ich nicht reingucken wie gesagt ich kenne es ist nicht meins aber gut wer da bock drauf hat das ist aber wahrscheinlich gehe ich mal von aus dass das nur so ein dlc ding ist also hauptspiel ja also steht hier das nächste kapitel des gefeierten action sci-fi blablabla ja also destiny ist sowieso games as a service spiel da kommt nichts neues mehr also da kommt immer was aber laufend neues aber nicht so das sind die drei hier jetzt hast du eine retail packung die ganze jetzt im laden kaufen also ich will es die nächsten jahre nicht nur die haben gesagt die werden das in die zwei immer wieder mit neuen inhalten bezuschussen sag ich jetzt mal also immer neu erweitern so und ja ja das ist wieder ein multiplattform titel also das definitiv erscheint auch für playstation und pc das ist ja auch irgendwo gut ja aber lieber mal dazu sagen bevor dann einer wieder fragt ja gut ich sag mal activision da lief das ja noch man sie hat ja ein deal gehabt mit activision und activision hat den die gaben playstation deswegen gab es auf der playstation 4 einige ja exklusive inhalte keine ahnung zum telef den man eh nicht braucht gab es auch diesen vorab zugang glaube ich ja wahrscheinlich zehn tage vorher wie das nebenbei bei call of duty und so ist genau die haben ja immer noch den deal aber da bange ich nicht mehr den deal hat mit activision ja bange hat sich ja frei gekauft war sie genau die haben sich frei gekauft ja das sind die zwei hat aber definitiv seine fans ne also da gibt es ja doch einige die das immer noch viel zocken aber ich finde es langweilig also mittlerweile ich kann die faszination verstehen das sieht auch geil aus aber ich bin ja jetzt für mich ist halt dass das immer wieder gleiche kanonenfutter sage ich jetzt mal naja das wiederholt sich halt so ein schießbudengeballer nur dass die gegner nicht sofort umfallen ja und du brauchst halt die richtigen mitspieler alleine macht es schon keinen bock ist auch zu schwierig wie ich finde und oder beziehungsweise zu langwierig muss ewig auf so ein ding einballern ist immer weitergeht und wenn er dann aber die falschen leute das hatte ich schon ein paar mal gerade auch auf städia wurde denn die denn irgendwas anderes gemacht haben die darum gehopst sind in der landschaft und kommst du nicht voran dann ballast und ballast und kommst nicht weiter naja so leute dann spielt auch was anderes irgendwie ja ich habe damals destiny 1 gespielt auch teilweise mal ein multiplayer dann ballast du da ewig drauf auf so ein gewahr so ein fetter weight weißt du so ein dicker fetter gegner und du stehst da eine halbe stunde an derselben stelle und ballast immer wieder auf den ein ja ja das ist ja das was ich meinte weil du musst dir eine stelle suchen wo du die ganze zeit auf den einballern kannst aber der gegner dich nicht kriegt das ist ja der trick dabei war ja die meisten das ich weiß ich also ich kann die faszination da nicht so nachvollziehen aber naja ein bisschen schon weil es sieht schon ganz geil aus und wenn man die leute hat mit denen man das zusammen zocken ist es sicherlich cool gesagt hey wir treffen uns um zehn uhr was weiß ich und man da so ein rate irgendwie zusammen das ist schon geil ja ich habe ja auch hier ghost weekend die beiden teile also weit lands und breakpoint habe ich auch ein paar kollegen mit dem ich das ab und zu mal spiele aber ja irgendwie level 300 irgendwas und ich gucke darum mit level 50 weißt du ja das kann ich das fast jeden tag spielen und ich spiele das nur ab und zu mal wenn ich mal lust habe kann das ich jeden tag boah nee kann ich nicht ja es gibt ja es gibt ja immer so leute die sich da ein einzelnspiel festbeißen und dann nur dieses spiel auch zocken genau wie destiny übrigens das ist ja auch so ich lese gerade im september kommt das nämlich in den game pass das sind zwei ja also du hast ja vorhin schon gesagt dass die zwei glaube ich war schon bei playstation plus jetzt nicht so ist ja echt geil da guck ich da doch noch mal rein ja es gibt ja leute die haben die game pass und haben das spiel noch nicht gespielt ja ja klar das ist ja nichts ja wie gesagt ja es ist ein games as a service die sollst du dir denn da halt deine inhalte kaufen während du da zockst und das hautspiel chrisse quasi umsonst das ist aber interessant mit dem game pass du kriegst nur die standard edition wie ich das hier lese und beim ultimate das ist eben alles mit drin und trotzdem würde ich verwerten dass es noch in game käufe gibt auch wenn du den den ultimate pass hast weil da machen die ihr geld mit das garantiert irgendwelche was weiß ich ja im november soll noch weitere infos kommen wenn dann die erweiterung erscheint ja so steht es hier ja mein fall ist wie gesagt nicht aber wenn es gefällt gut nehmen man soll nicht naja aber hast du jemals stalker gezockt ich glaube damals auf dem pc so für eine stunde es ist ein typisches stalker ist ein typisches pc spiel und ich habe damals auch viel pc gezockt das ging irgendwie an mir vorbei ich weiß aber nicht warum ich glaube ich mehr strategie spiele gespielt aber ich weiß ich habe da damals schon zeitschriften gelesen dass das mega gehypt wurde das spiel uns wurde sehr sehr groß angenommen auch von der community und es gibt sehr viele mods davon und so weiter und als es ist ein kult und ich habe jetzt halt gerade im internet gewesen also viele freuen sich auf dieses das für viele ist es der die mega überraschung dieses spiel okay ja ja mein fall war es wie gesagt nie das ist ja zum ersten mal jetzt für die konsolen oder für die konsole steht da aber gutes konsolen debüt genau und konsolen exklusiv also es wird nicht auf der playstation kommen weiß ich gar nicht also das ist doch haben sie gesagt dass das konsolen exklusiv ja gut vielleicht ist es auch nur wieder zwei ich weiß nicht weil ihr steht nicht xbox game studios ich weiß jetzt nicht was sie dann mit vertrag haben das weiß ich natürlich nicht das was jetzt auch nicht aber ich habe halt gelesen konsolen exklusiv naja egal ich für die fans da freue ich mich drüber dass das kommt mir selber ist persönlich völlig wurscht ich habe ganz ehrlich gesagt wo ich das gesehen habe dachte okay ein neues metro ding also neue metro teil ja weil man hat erst nur die u-bahn-tunnel gesehen ja ja als erstes kam als erstes kam ja dieses typische von chenobyl dieses riesenrad was man ja überall kennt dieses verlassene riesenrad und dann kam dieser u-bahn-tunnel und hatte ok metro alles klar aber gut ein stalker halt naja es scheint eine riesen fanbase zu haben weil die die wollten ja sowieso ich glaube man remake machen oder sowas und jetzt kommt dann doch ein zweiter teil raus genau und 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 das zweite war ja auch ewig im gespräch ewig und dann gab es das studio gar nicht mehr aber wahrscheinlich haben sich die leute jetzt zusammengetan einige entwickler und haben das noch mal in angriff ist von game world ja gsc game world genau als nächstes und darüber freue ich mich auch wenn es kein gameplay gab dark tide oder tide dark tide dark tide warhammer genau aus dem universum warhammer 40k dark tide ja genau und ich mag halt das universum total gerne also ich habe da keine ahnung von warte mal gerade wegen stalker noch mal kurz hier steht zum nächsten konsolen zeitexklusiv nach zeit exklusiv naja gut ok ja aber wegen warhammer auch zeitexklusiv okay ja mir ist das scheiß egal auf welcher konsol ja mir ist es auch egal aber ich mag das hat diese multiplattform titel zeitexklusiv ich habe ja was ich nicht nachvollziehen kann du hast auch beide konsolen also so egal ja aber trotzdem ist es doch kacke wie damals bei white of the tombrader das ist das beispiel es kann ja auch erst für die xbox doch ein jahr exklusiv oder so ja oder jetzt final fantasy 5 7 was jetzt nur für playstation kommt erst nächstes jahr auf die xbox kann man ja genau so sagen also ja finde ich auch kacke ich finde das nicht okay so also ich finde es also ich mache mir also es ist ganz egal ja es ist mir es ist egoistisch sicherlich weil ich halt alle konsolen habe aber klar ich kann es verstehen wenn man jetzt wirklich nur eine playstation hat oder eben nur eine xbox oder so dann aber andererseits sage ich mir weißt du gibt es so viele spiele und ich kenne niemanden der der jetzt sagt ey ich habe gar nichts mehr zu zocken ich habe meine ganze spielbibliothek durch das kenne ich niemanden jeder hat irgendwie zig spiele zu hause liegen und wenn nicht dann geht er halt den laden und kauft sich fünf für zehn euro jeder hat irgendwas an seiner pile of shame klar genug ja und und da kann man auch immer sagen ja mein gott dann warte ich halt dieses eine jahr und dann holst mir dann also klar dass ich kann es auch verstehen es gibt ein hype und das jetzt ist aber draußen jetzt will ich das zocken irgendwie und ich will jetzt nicht erwarten kann ich auch nachvollziehen aber andererseits mein gott wir sind alles verwöhnte bäger irgendwie und ist ja einfach so früher verwöhnt durch die publisher kann man so sagen ja oder weniger auch aber auch von der von dieser dieser spielschwämme die wir haben da hast du ewig gewartet auf spiele gab es nichts anderes hast du dann eigentlich angefangen kann du sagen so mitte der ps3 xbox 360 ära da fing das an oder wo du gar nicht mehr weißt was kopf denn jetzt überhaupt ja das stimmt weil da gab es auch viele so kleine entweder die scheiße raus rausgebracht haben so naja keine ahnung aber das stimmt da gab es und da fing es an dieser schwämme ja gut das sind aber auch zwei konsolen die sich jeweils über 100 stück 100 millionen mal verkauft haben jede beide und und also die xbox 360 und die playstation 3 und ja die sind jetzt ja und dann die wie noch die wie war ja noch das ist ja die meistverkaufte konsole zu der zeit gewesen die hat ja irgendwie 120 exemplare verkauft oder noch mehr millionen so und da überlegt man allein dieser das war ja eine generation das sind irgendwie 320 330 konsolen millionen und das ist ja klar dank dass da sondern da ist in jedes unternehmen drauf gesprungen okay wir produzieren wir produzieren für produzieren da stimmt das recht also das war der generation ging es los wo diese riesige schwämme kam und ja und seitdem habe ich auch so wahnsinnig viele spiele ja noch im regal liegen ich habe jetzt noch zu viele spiele für die playstation 3 und xbox 360 die ich gar nicht gezockt habe aber die ich eigentlich gerne noch mal zocken möchte ich habe sogar noch eingeschweißte spiele habe ja tausende also 1000 ist übertrieben aber aber 100 auf jeden fall aber wir waren bei warheimer ich weiß nicht kennst du das spiel jetzt komme ich nicht aus dem namen naja egal warheimer 40k space marine das gab es für die ps3 gab es für die playstation 3 und xbox 360 glaube das war dieser dieser third person mäßige ja ja fand ich sogar von drei stunden gespielt oder so naja für mich ist das lang also für warhammer titel weil ich ich finde war immer total geil also ich habe von dem universum null ahnung also ich brauche mir keiner irgendwas fragen ich habe da echt überhaupt kein hintergrundwissen aber nachdem ich dieses spiel durch hatte ich werde es mir noch mal für die xbox 360 werde ich noch mal durchzocken ich fand das so geil so viel spaß gemacht gut das wird jetzt dieses dark tight nicht weil es was ein anderer entwickler das mich von fett schork und so wie ich es gesehen habe vermute ich mal ist es ein fps also ein first person shooter oder ja denke ich mal so zumindest mal gesehen hat ja was ich schade finde weil ich bin halt wie gesagt mehr zu third person aber gut ja ich finde auch mehr übersicht finde ich immer ja also sie ist ja dann links und rechts mehr als wenn du jetzt nur nach vorne guckst ja das stimmt aber aber warhammer finde ich immer komisch dass jedes spiel irgendwie anders ja es sind ja auch verschiedene entwickler das letzte warhammer 40k ding das war ja so ein diablo ding ähnlich das wusste ich leider abbrechen weil bei mir auf der xbox hatte ich ständig server probleme das hat irgendwie nicht hingehauen aber warhammer dark tight das ist von den machen von vermentite ah ja okay ja ja ach so nee das ist ja moment hat ist glaube ich das war ja dann ist andere warhammer universum was in diesem fantasy ja das ist co-op gewesen stimmt so steht es hier co-op franchise vermentite vermentite gab es glaube ich zwei teile oder genau den ersten habe ich gezockt weil da war auf der playstation mal playstation plus und die fand ich ganz cool es hat spaß gemacht da habe ich mit so wild fremden leuten gezogen und das hat echt laune gemacht das finde ich ganz cool aber das ist auch nur so wo noch mal eine halbe stunde rein zockt und dann aber da steht es ja in der produktbeschreibung von microsoft ist ein vier spieler co-op game wo du dich mit freunden gegen horden von feiten beweisen muss okay schon scheiße ja schon bock mehr drauf kann ich dachte ich auch irgendwie ist auch an johann ich auch hier ist im horden modus spielen so gesehen ja dann schreibe ich mal dahinter flop mehr spieler auch näheres ich mag auch keine reine reine also wenn das auch wo mit dran gedacht ist so das ist okay aber jetzt reine mehr spieler ne das gibt es denn so was noch ja bei den nächsten da muss man ein bisschen auf sprünge helfen da habe ich jetzt auf tetris effekt das gibt es doch schon längst für die playstation 4 warum soll das exklusiv sein das ist zeit exklusiv ja was ist jetzt erst connected ja aber nicht tetris effekt teil 2 und zwar ist das negativ das sogar ein enhanced titel weihnachtsgeschäft 2020 das ist das originalspiel mit brandneuen co-op und kompetitiven online und lokal mehr spieler modi aber jetzt bin ich schlau also ist das nur erweiterung quasi und ist das spiel ja ich hab's nämlich hier auch aber ich hab's noch nicht gezockt also ich hab's schon angezockt aber ich meine du kannst dieses spiel ja auf der playstation in vr zocken und das soll erst dann richtig seinen reiz entfalten wenn du das in vr zockt habe ich gehört das effekt soll ja generell sehr gut sein aber ich trau ich trau mich irgendwie nicht das zu kaufen ich weiß nicht ich weiß gar nicht ob du es kaufen muss weil war das nicht irgendwie im playstation plus schon oder war das nur so test musste ich glaube es war nur ein testmuster das war ich glaube der demo demo gibt es ja demo halt ne stimmt hast du da nicht mal reingezockt wo das kostenlos war tatsächlich nicht weil da habe ich gleich gezockt irgendwie und ich fand's cool ich fand's jetzt nicht so geil und wie aber ich fand's ganz cool und aber es wird gefeiert irgendwie ne ja ja das ist wirklich soll ja wie gesagt im VR sollte es noch richtig geil sein obwohl es nur tetris ist ja aber es sieht schon cool aus und hat eine geile mucke so ne also so wurde richtig da wurde richtig einer bei abgeht so beim zocken also die musik passt sich wohl auch so ein bisschen an also so rhythmusspiel mäßig na ne also rhythmusspiel da musst du ja nach dem rhythmus gehen das heißt du musst beim rhythmus die richtigen knöpfe drücken das ist da jetzt nicht so der fall aber es geht halt dementsprechend schneller oder langsamer wie schnell du da diese dinger da rein klatscht hat aber keine bedeutung auf das spiel wie die musik jetzt ist so habe ich das jetzt verstanden also so habe ich es auch gezockt aber es war geil deswegen ich habe es hier noch weil ich habe mir jetzt eine VR brille geholt und ich werde mir das mal im VR irgendwann mal angucken ich kann mir das vorstellen im VR weil im endeffekt guckst du ja nur auf dein ding da drauf und ich weiß auch nicht ich habe das nie verstanden warum das im VR so geil sein soll aber das kann natürlich sein durch den sound weil du hast ja dann meistens ein headset auf kann ich auch so machen ohne die brille ja vielleicht die steine da in 3d dann klar es ist räumlich sowieso aber ob das nicht eher irritierend ist als jetzt geil weiß ich nicht weil ich habe wo ich jetzt angezockt hatte die demo da hatte ich die brille noch nicht gehabt da habe ich halt ganz normal in 2d gezockt also ganz normal hält und aber da fand ich schon ziemlich cool aber ich hatte natürlich diesen effekt nicht deswegen täterseffekt den effekt hatte ich nicht den kriegst du wahrscheinlich nur wenn du diese brille hast und da microsoft ja keine brille hat weiß ich nicht warum das so abfeiern aber gut ist im grunde ja auch ist ein indie titel dass microsoft nicht auf diese VR schiene mitgeht das verstehe ich nicht ein bisschen jetzt ja schon die haben sich ja irgendwo eingekauft ich weiß das aber nicht wo bei der oculus rift oder bei den anderen dingen da irgendwo sind sie mit drin okay gut das kann gut sein aber aber das gilt jetzt nur dass man für in dem pc bereich ob die irgendwann aber eigentlich nicht ja aber die haben ja gesagt die haben ja keine VR-pläne haben sie ja gesagt ne ja genau die haben keine VR-pläne das finde ich ein bisschen schade eigentlich ich finde es auch ein bisschen schade muss ich sagen aber andererseits ist es halt auf der playstation ist es immer noch nische ne auch wenn sie ja jetzt schon ein paar absetzen konnten von ihren dingern aber es ist eine nische muss man so sein ja klar es ist eine nische aber es scheint ja irgendwo zu laufen ja ich habe mir jetzt ja wie gesagt ich habe mir jetzt eine gekauft kurz bevor ich in urlaub gefahren bin und hab das ist richtig schon geil es ist ein erlebnis es ist anstrengend auf dauer deswegen kann man es nicht die ganze zeit machen aber es ist schon geil und wenn man das anderen leuten die mit videospielen nichts am hut haben wenn man denen das mal aufsetzt dann ist das so wow das ist ja cool so ne aber es ist halt nicht so du kommst nach hause entspannt zocken irgendwie also das sind eher so für mich jetzt zumindest ich sage dann nur am wochenende oder im urlaub oder so weil du kannst dich nicht so cool zurücklegen du hast halt hinten dieses kabellage kram da ne das heißt halt immer du musst halt ein bisschen einstellen was einfach geht es ist nicht so kompliziert aber es halt doch was anderes wenn ich jetzt so hin legst und hin lümmelst irgendwie und fängst dann einfach an zu zocken denn so einfach ist denn auch nicht das ist so ein bisschen kleine würden das kabel im weg hast auch ne ja es ist nicht direkt das kabel im weg dass da denkt man jetzt vielleicht das kabel ist vor dir im weg ist es nicht weil es sehr lang aber es geht ja hinten ja ja ne und du kannst dich denn nicht hinten an denn also ich lehne mich immer gerne an entweder auf dem sofa hier oder hier auf meinem sessel und es geht denn nicht das ist ja auch so guck mal wenn wenn ihr jetzt auch wenn ich so spiele spiele jetzt wie astrobot zum beispiel dass es so ein hübsch spiel ist dann musst du trotzdem ganz nach links oder ganz nach rechts gucken also verstehst du du bist nicht so in einer entspannten haltung du musst dich schon so umgucken ständig das ist ja auch das geile das seid überall egal wo den guckst das überall spiele das ist geil aber es ist gleichzeitig auch auf dauer zumindest ist es anstrengend ich könnte das nicht länger als eine stunde zocken obwohl ich keinen motion sickness habe das habe ich nicht trotzdem ist es für mich anstrengend ja ich kriege kopfschmerzen habe ich schon probiert die krieg ich auch ich krieg auch kopfschmerzen aber erst so nach einer dreiviertelstunde oder nach einer stunde krieg ich auch kopfschmerzen aber das liegt auch so ein bisschen anstrengend muss ja aber gut du bist ja auch brillträger genauso wie ich ich meine das geht gut mit der brille das kann man gut machen mit der brille das stört überhaupt nicht aber klar es ist anstrengend das stimmt schon aber wir schweifen jetzt so weit ab wir wollten ja hier microsoft machen den showcase jetzt kommt ich würde sagen wir gehen weiter jetzt kommt ein spiel worauf ich richtig bock habe was ich auch richtig cool fand und zwar so gang also zu gang muss das auch so aussprechen ja denke ich mal von den steamworld entwickler und das war war das ein mädel ich glaube ein kleines mädchen was da so rumgelaufen ist ja in der fantasy welt zur person ansicht fand ich sehr schick also nicht jetzt triple schick aber ich fand es schick schön schöne musik ist ein double a würde ich sagen oder in die titel aber ich fand es toll also es hat mich richtig angesprochen es war richtig richtig toll ja es war es hatte auch einen interessanten grafikstil fand ich ja das stimmt also es war was ein bisschen was anderes jetzt nicht komplett neu nicht jetzt wo man sagt wow das habe ich ja noch nie gesehen aber es war schon also mich hat es echt angesprochen also es scheint ein rätselspiel zu sein wie ich das hier lese ok ja schon keinen bock mehr ja weil diese rätsel ist ja noch nie so mal ich dachte da läuft man so rum und es ist mehr so in so einem plattformer man ist auf der suche nach dem geheimnis der vergessenen planeten und muss herausfordernde rätsel lösen um diesen planeten zu retten um diesen planeten zu retten man muss rätsel lösen um den planeten zu retten macht zwar keinen sinn aber gut ich streiche das gerade aus meiner top 3 das hätte ich mich reingeschrieben und streiche das erstmal wieder raus schade warhammer jetzt das ja warhammer genau bleibt nicht mehr so viel wir haben auch nicht mehr viel ja als nächstes haben wir was haben wir als nächstes horror das war geil das war geil ich habe das gesehen ich so das spiele ich nicht dann mache ich mir in die Hose ach komm das ist jetzt nicht das ist ja jetzt nicht so ein Resident Evil Horror nee das nicht das ist aber alles so ja mit diesen Schockmomenten und nee da falle ich wahrscheinlich vom Stuhl ich würde eher sagen das geht so in Richtung Silent Hill Horror ja reicht schon sehr atmosphärisch ja klar wenn man nicht drauf kann ich kann es verstehen aber ich hab da voll Bock drauf und wie fandst du das so mit diesen zwei Sichtweisen und so wie fandst du das ja man ist ja irgendwie in zwei Welten ne irgendwie ja irgendwie man kann sieht so aus als wenn man auch hin und her switchen kann irgendwie das sah geil aus die Grafik sah hammer aus mhm das fand ich jetzt aber auch also das war schon echt gar keine gut das sah halt nicht so aus wie beim ersten Trailer damals ne dieser dieser Render Trailer den sie damals gezeigt haben aber ich fand das ne aber ganz ehrlich ich fand das heute besser aber es sieht mega krass aus aber hier steht zeit exklusiv ja das hab ich mir schon gedacht dass das auch für die Playstation kommt das hab ich mir gedacht ja das ich dachte erst nicht doch okay weil das halt in diesem Xbox Ding da damals gezeigt wurde dieser Render Trailer hab ich so okay ja aber da war halt auch ey ganz ehrlich du weißt ja jetzt ich meine das was wir jetzt gesehen haben von der Playstation 5 da war ja auch nicht alles explosiv da gibt's die viele Spiele kommen ja auch für die Xbox One ja natürlich und für PC ja logisch naja klar das das auch okay aber das sah richtig richtig cool aus und das hatte Atmosphäre gehabt ich fand diese Perspektivenwechsel oder was auch immer diese Sichtweisenwechsel würde ich mal behaupten das fand ich richtig cool ich mag ich würde das gar nicht so als Horror bezeichnen für mich war es eher so ein bisschen ein bisschen gruselig aber es ist so Horror und ich hab ich hab ehrlich gesagt Jump Scares hab ich gar nicht gesehen eigentlich das wird auf jeden Fall ein Launch Titel Weihnachtsgeschäft Geil Weihnachtsgeschäft 2020 da freue ich mich total drauf also da das also da magst du denn so Spiele weil wir hatten ja vorhin mal das ist ja gerade hier so unser roter Faden die Quantic Dream oder beziehungsweise die Don't Not Spiele ähm hast du mal gezockt ähm die Spiele von Supermassive ähm Until Dawn beziehungsweise jetzt diese neuen hier wie heißt die ja klar meinst du ja aber Until Dawn ist doch auch irgendwo Horror du meinst äh Dark Picture Dark Picture Dark Picture Serie genau genau da kommt ja die nächste Little Little Hope ja mit dieser Grusel Hexe oder was das sei es also das würdest du denn auch nicht zocken oder hab ich auch ja aber ganz ehrlich ey das sieht Horror das sieht das sieht schlimmer aus als hier in The Medium ja aber das ist ja eher so Klöpfchen drücken größtenteils ja meinst du das ist hier anders bei The Medium ja ich denke mal das ist eher so ja wie diese Horrorspieler halt dass du halt durch die Gegend läufst und irgendwo hin musst ok denke ich nicht mal ja ist wahrscheinlich mehr Gameplay da hast du recht ja als jetzt einfach nur auf den Knopf drücken war ja nicht so Grafik Adventure mäßig sah schon geil aus ne gar keine Frage aber ich denke mal dass das eher so in diese äh ja ich sag mal Outlast Schiene geht so in dieser warte mal ja ganz kurz mal ich meine ich hab jetzt aber gelesen nach dem ersten Trailer da hat jemand gesagt von den Entwicklern dass Quicktime Events drin sind bei The Medium ja dann spiel ich dann kann ich ich weiß jetzt nicht wie viel das kann jetzt sein dass das wirklich nur ab und zu mal so ist oder so aber ich meine er hatte gesagt es sind Quicktime Events drin wo ich dann gesagt oh das ist cool viele hassen ja Quicktime ne also ich mags gerne warum auch immer ich mags ähm aber wie gesagt ich mag auch Quentin diese Quantic Dream Spiele die ja nur daraus bestehen ähm oder fast nur und ich mag das also ich hab da auch kein Problem mit höre ich auch nicht also ich mag die das kommt immer drauf an wie es gemacht ist ja richtig ich meine ich kann viele verstehen äh die sagen okay da ist mir zu wenig Gameplay drin das kann ich verstehen absolut aber ich mag es halt und ich freue mich auf The Medium aber ich kann mir nicht vorstellen dass das so Horror ist soll ich dir was sagen mit dem Video ich glaube dann streichst du das wieder Rätsel? ja ach ne ach weißt du es gibt solche Rätsel und solche Rätsel ich glaube nicht dass das solche Rätsel sind ich weiß nicht hier steht nur dass man mysteriöse Rätsel lösen muss mehr steht da jetzt auch nicht und dass man halt Geheimnisse auflösen muss ja weißt du es gibt ja immer solche Rätsel ja das wird so sein keine Ahnung guck mal bei bei Hayblade hast du die Umgebungsrätsel genau wie bei teilweise bei Uncharted äh das mag ich nicht zum Beispiel ne aber es gibt ja denn es gibt Physikrätsel die finde ich dann schon wiederum okay ne und es gibt ja manchmal ja Rätsel das kann ja auch so ein Oberbegriff sein wenn ich jetzt äh Heavy Rain zum Beispiel wo ich gespielt habe da hieß es auch ja hast Rätselelemente drin du musst rätseln irgendwie wer war jetzt der Mörder ne äh das ist ja auch ein Rätsel hier steht ja nur blöse mysteriöse Rätsel ja und überlebe paranormale Begegnungen also das wird schon ein Gameplay sein das wird nicht nur Rätsel sein ich denke mal auch dass es nicht nicht so viel Rätsel sollen werden das kann ich mir nicht vorstellen ich auch nicht vielleicht das mal rätselt irgendwie ey welches ist jetzt der richtige Weg für welche Entscheidung welche Entscheidung muss ich treffen um den richtigen Weg zu finden äh das sowas in der Richtung vielleicht aber nicht jetzt irgendwie so äh setze dieses Bild zusammen mit mit tausend Scherben oder so ein Scheiß ja das glaube ich nicht also nicht sowas wie do witness oder sowas nur aus Rätseln ja ja genau sowas das mochte ich auch nicht das würde auch gar nicht passen das würde doch gar nicht passen zu dem Spiel ja das glaube ich auch nicht das lasse ich mir nicht versauen auch nicht von dir nein also das äh das äh das bleibt ja als das kann es mir ruhig versauen da habe ich mich null Bock drauf und zwar genau obwohl Sega ich liebe Sega ist ja meine alte Firma äh damit bin ich quasi groß geworden aber dieses Spiel ne da fand ich schon die Musik nervtötend da habe ich gedacht oh ist das bald zu Ende ey und zwar ist das Fantasy Online 2 ist ja auch eine uralte Marke gab es schon auf dem meine auf dem Megadrive damals boah aber hast du da Berührungspunkte nicht wirklich also ne ich auch nicht ich brauch es nicht also okay es mag mag seine Fanbase haben aber meine ist es nicht ja es gibt nur große Fan oder was heißt groß also ich weiß dass es eine Fanbase gibt ähm weil ich habe mich auch schon mit jemandem unterhalten darüber aber meins ist es nicht also absolut null aber gut diese japaner Sachen und das sieht sehr japanisch japanisch aus das ist generell nicht so meins ähm naja ich fand es jetzt auch optisch nicht jetzt so umwerfend muss ich ehrlich sagen ne also das das hätte auch auf der PS3 wahrscheinlich noch gelaufen können ja wahrscheinlich also war jetzt nicht unbedingt wo ich sage boah dafür brauche ich jetzt die neue Konsole nicht wirklich ne das das ne dann kommt etwas worauf ich mich äh das kannte ich vorher das Spiel schon ähm aber jetzt bin ich richtig gehypt drauf und zwar Crossfire echt ähm ja und zwar deshalb das wurde mal angekündigt von Microsoft als reiner Multi-Shooter ne ja wurde auch mit deinen Kumpels dann los so und heute haben sie gesagt die Kampagne die nicht übrigens das ist das war diese Einschränkung was ich vorhin schon sagte die ist nicht in Game Pass enthalten warum auch immer die ist nämlich von Remedy äh und das ist ein reiner Singleplayer dann also nicht ein reiner Singleplayer sondern ein Singleplayer in dem Spiel den Remedy macht den Remedy macht und ich bin ganz ganz großer Remedy Fan und äh da dachte ich wow also wenn die das in der Hand nehmen weil die können Story und die können gute äh Sachen produzieren und da freue ich mich richtig drauf ja hier steht auch so eine filmreife Kampagne soll es haben ja und das sah schon echt cool aus also jetzt nicht so mega geil aber Crossfire wird ja drüben in Asien vor allem wird das ja extrem gespielt also das normale Crossfire jetzt ist es ja schon also nicht wie alt jetzt ist es schon ziemlich alt und diese Kampagne wird aber neu dazu entwickeln und das fand ich dann richtig geil ich bin gespielt ich weiß nicht ich mag das das ist ja so ein Multiplayer das ist ja eigentlich ein Multiplayer-Shooter aber die Kampagne die ist ja nochmal extra irgendwie abgelagert genau 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 und das ist ja neu wie gesagt also eine Kampagne gab es zuvor noch nicht weil es ist halt ein reiner Multi-Shooter und das dann wiederum entwickelt von Remedy denke ich das wird eine Hausnummer weil wie gesagt also ich bin Remedy-Fan und ich freue mich da total drauf es sah echt cool aus war jetzt nicht so mega geil aber es sah schon recht cool aus so und freue ich mich drauf ich meine die werden die werden das die werden das normale Crossfire nehmen und halt überarbeiten grafisch denke ich mir mal und dieses X heißt halt dass noch eine Kampagne dabei ist und noch diverse Multiplayer-Modi denke ich mir mal so ja wahrscheinlich also Multi Multi interessiert mich nicht da bin ich raus aber auf die Kampagne bin ich gehypt also da freue ich mich echt tierisch drauf ich bin gespannt aber ich bin da noch ein bisschen zwiegespalten Kampagne okay aber ich würde jetzt nur für die Kampagne jetzt nicht unbedingt dann Vollpreis zahlen nö ich auch nicht aber da kommt immer auch drauf an wie lang ist jetzt die Kampagne ist es nur so ein so ein 4 Stunden Ding was wir mal so dran klatschen damit du das Spiel überhaupt kaufst so wie hier bei Star Wars Battle von 2 zum Beispiel da gehen die Kampagne auch nicht so lang oder ist es tatsächlich was ausgereift die jetzt mal so 12 bis 15 Stunden gehen das wäre natürlich schon da ne ja wenn das dann vielleicht nur so ein Call of Duty sag ich mal wo du in 4-5 Stunden durch bist ja hey ne ne dann dann nur eine Grabbelkiste dann klar ja das stimmt schon ja so und dann war eigentlich zu Ende genau dachten wir alle und dann haben sie das gemacht was alle machen mittlerweile äh da noch eine Sache haben wir hier noch hahaha und ich wusste es ehrlich ich wusste genau dass Fable kommt weil alle haben schon gesagt aber das hat auch das hat keine 4 dran auch wieder nur Fable einfach ne das wird ja das wird ein komplett so ein Reboot wie Tomb Raider und ähm aber das ist natürlich da freue ich mich richtig drauf obwohl ich gar keine große Berührungspunkte habe mit Fable ich habe da ich weiß nicht Fable 3 glaube ich habe ich mal reingezockt fand ich ganz cool aber irgendwie kam was dazwischen und dann habe ich wieder was anderes gezockt und ähm weil ich habe da keine große aber ich also so wenn ich mir mal Social Videos angucke bei YouTube über Fable finde ich schon immer cool auch so wenn die Leute darüber reden dann denke ich so hey das ist schon ein cooles Universum so also so aber das erscheint sogar nur so steht es hier zumindest für Xbox Series X und Windows 10 PC ja ja Playground Playground sind die Macher von Forza Horizon und die machen ja nur exklusiv für Xbox und beziehungsweise PC das wird niemals auf der Playstation kommen ja aber bei Fable ist es eine ganz alte Marke von Xbox halt ja 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 aber ich weiß nicht das nicht wie Halo wie Tiers das ist ja ähm RPG ist ja eh nicht mein Ding ähm meins eigentlich auch nicht es gibt aber Ausnahmen wo wo wenn wenn viel Action aber ich sag mal ein Diablo ist ja ein Action RPG das spiele ich gerne das ist geil ne also oder was derzeit kommt dieser Reboot warte ich muss das ablesen ähm Kingdoms of Amalur Recon ach das von ah ja ging auch mal damals für PS3 Xbox 360 von EA genau damals noch EA ich glaube jetzt ist es aber nicht mehr EA das weiß ich jetzt gar nicht ne ne das ist jetzt von von wem anders gepublished ah ja ich meine sogar hier von TH Nordic aber kann mich jetzt täuschen und da habe ich neulich wieder reingespielt auf der Playstation 3 ich habe das damals schon mal so fünf sechs Stunden gezockt und das fand ich toll und das habe ich nochmal reingeguckt weil ich mir überlegt habe ob ich mir jetzt das Rebooting hole und es hat mich gleich wieder angefixt es macht echt Spaß es sieht super toll aus ein tolles Art Design und wenn ich mir jetzt vorstelle dass in einer tollen Grafik da habe ich richtig Bock drauf also weißt du ich will ja einfach nur sagen äh bei RPG gibt es solche und solche es gibt so welche wo dich da ewig rein kniffeln muss äh oder Skyrim oder sowas das so riesig ist da habe ich schon keinen Bock mehr drauf oder es gibt halt so Action RPGs wo wo ich sag mal wo der Rollenspielanteil doch ziemlich weit runter geschraubt wurde ja oder das nur aufs Minimum wie jetzt bei Horizon Zero Dawn oder so das ja genau achso okay da würde ich noch nicht mal sagen dass das ein RPG ist hätte ich nie das ist für mich ein Action-Adventure irgendwie sowas ja es ist ein Action-Adventure aber es hat RPG-Elemente so hat es genauso wie die letzten Assassin's Creed Teile ne Odyssey oder Origin naja da haben ja die Gegner haben ja die Gegner auch alle Level ne da ankommt mit Level 1 und da steckt ein Gegner mit Level 20 ja da wird nix das wird nix ne das stimmt das sieht so doof aus aber Fable Fable hat viel viel ist halt da auch viel Action und so also das finde ich geil also da ich freue mich da total drauf aber da man kein Gameplay gesehen hat und nur diesen Teaser den ich ganz witzig fand aber ja der war ganz kurz ne ja der war super kurz aber ey da werden wir ewig noch drauf warten also ich sag mal wenn es ganz doof läuft noch drei Jahre mindestens würde ich sagen da gibt es glaube ich da gibt es gar nichts weder dass das irgendwann mal kommt oder irgendeine Jahresangabe gar nichts das wird noch ewig dauern ja also ich gehe mal von also Minimum noch zwei Jahre aus also vor vor 22 brauchen wir da nicht mit rechnen ja kann ich mir zumindest nicht vorstellen weil das normal eine riesige Welt ist die muss erstmal gemacht werden und Story und so weiter und so fort das wird noch dauern ja das das sehe ich auch so ja ähm wir sind auch noch nicht fertig ich habe nämlich noch was zum Abschluss oh geil das war nicht in der Präsentation sonst hätte ich es aufgeschrieben nein war nicht in der Präsentation und zwar habe ich das nämlich in der Pressemitteilung ähm die Ankündigung auf dem Summer Game Fest äh was noch kommt oder haben wir gab es das schon das weiß ich ja nicht ich habe das mal hier so gestehen Angekündigung auf dem Summer Game Fest und das sind ich glaube 5 oder 6 Spiele das ja jetzt bin ich aber gespannt zum Beispiel Dragon Quest 11 S nennt sich das ähm Definitive Edition keine Ahnung erscheint am 4. Dezember 2020 von Square Enix ja ich habe nicht mit Dragon Quest sowieso nichts zu tun das ist so eine endlose ne ich auch nicht endlose Reihe die nie aufhört gefühlt ist auch mehr so für Japan-Kenner und Liebhaber sag ich mal ne ähm dann aber gut das ganze das ganze wahrscheinlich sowieso Hello Neighbor kommt ein zweiter Teil beschissen ja kann man nicht anders sagen also ich habe ich habe in meinem Fall ist es auch nicht immer dieses Weckerenne und la la ne ah ne und sieht auch scheiße aus und ja also die Grafik die ist wirklich so stokelig zu zocken die Grafik die ist wirklich aufs Minimum äh da würde ich bald schon sagen das kannst du auch in den PS2 quetschen theoretisch ich hoffe du machst jetzt hier grad so einen Spannungsbogen dass du jetzt erstmal so Kackspiele sagst und jetzt kommen noch so drei jetzt kommt noch so ein mittelmäßiges wo du sagst ja okay und dann wird schon gut und das letzte ist dann so richtig ja geil echt das wusste ich gar nicht weiß ich nicht oder? weiß ich nicht ne ich glaub nicht nein was habe ich hier noch ein bisschen auch Square Enix Ballern Wonderworld keine Ahnung ich kenne es nicht dachte das war es auch nicht ne Wonderworld Ballern Wonderworld Ballern und Square Enix keine Ahnung ihr sagt das auch nichts Ballern ist eine All All Action Show also du bist in einer All Action Show keine Ahnung die du überleben musst okay American Gladiators oder was ich weiß es nicht na gut das da weiß ich nicht da würde ich jetzt nichts Falsches sagen könnte gut sagen ja ich weiß es auch nicht dann haben wir Echo Generation kommt 2021 erst ist ein rundenbasiertes Adventure Game mhm rundenbasiertes Adventure hab ich auch nicht gehört hab ich noch nie gehört hab ich noch nie gehört ich auch nicht also Rundenstrategie kenne ich runden Taktik Spiele kenne ich aber runden 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 RPGs gibt es so ne mit RPG Kämpfen aber ja aber Adventure kann ich mir gar nichts runter vorstellen gerade ich auch nicht wie soll das sein wechselt man dann andauernd die Charaktere oder ja muss ja irgendwie sowas ähm dann von Twisted Red auch 2021 Echo Mecha keine Ahnung kostenloser Online Ego Shooter ok hat sich schon erledigt hat sich schon erledigt ja kein Wunder dass die nicht in der Präsentation waren also da ich glaube da ja obwohl okay Dragon Dragon Quest ist schon eine große Marke ja das ist auch wenn wir vielleicht keine Fans davon sind aber das ist eine große Marke wundert mich dass das hätten sie vielleicht noch bringen können also kommt aber jetzt noch ein Spiel jetzt kommt das ach hast du noch eins ich dachte weil es waren schon fünf ok jetzt kommt noch eins aber da freue ich mich tatsächlich drauf Watch Dogs also das ist auch was was man kennt ja Watch Dogs Legion da freue ich mich drauf tatsächlich ja aber das ist ja das ist ja klar dass das kommt also das ist ja jetzt nix irgendwie ja aber das soll da gezeigt worden sein oder wird noch gezeigt ich weiß es nicht hm weil hier steht ja wie gesagt nur dieses Summer Games fest ich weiß nicht ob das vielleicht zeitgleich war ich weiß es nicht es ist meistens so danach oder davor irgendwie ne davor haben die haben ja schon um äh also das ganze hat ja um 18 Uhr angefangen aber um 5 Uhr also um 17 Uhr haben sie das ja schon gestartet mit irgendeinem Gelaber und wahrscheinlich haben sie es da gezeigt das habe ich mir nicht angeguckt da hatte ich kein Interesse daran gehabt das kann natürlich sein hm so optimiert für Xbox Series X das habe ich ja schon mal vorgelesen vorhin ja das einzige was ich noch habe ist was optimiert für Xbox Series X und äh beziehungsweise bereits angekündigte Spiele das ist das einzige was ich noch an Listen habe aber ich glaube die meisten sollten wir alle kennen sehr süß ja was mich gewundert hat dass die nicht äh diese Abwärtskompatibilität haben sie nicht groß beworben aber da habe ich ein bisschen da habe ich aber letztens eine Presse-Mail äh gelesen dass es heißt dass alle Spiele von der Xbox One für die Xbox Series X kompatibel sein werden alle ja das habe ich auch gesehen aber ich finde äh es gibt noch so viele Titel von der klassischen Xbox aber auch von der Xbox 360 die noch nicht abwärtskompatibel sind ich sage nur mal ja das stimmt Max Payne 3 zum Beispiel Max Payne 3 hätte ich gerne noch gehabt aber auch viele andere ich glaube auch solche COD Titel und so ne ja 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 das ich glaube das war das äh was viele wollen Black Ops 2 ne das ist ja glaube ich auch nicht kompatibel lass mich jetzt lügen wenn es nicht weiß es gar nicht wenn es nicht mittlerweile schon kompatibel ist das weiß ich jetzt natürlich nicht ich meine 1 ist nicht kompatibel aber 2 ja aber da bin ich mir jetzt ich äh bin mir grad nicht so sicher also ich aber jedenfalls ja aber sowas ne Max Payne 3 das ist ja schon so ne echte cool Titel irgendwie da hätte ich voll Bock drauf aber ist halt nicht na oder halt wo wir vorhin drüber gesprochen die äh Space Marine aus dem Warhammer 40k Universum das ist auch nicht abwärtskompatibel das finde ich total schade irgendwie auch nicht so viele Müllspiele äh aber solche große größeren Titel das war damals ein großer Erfolg da haben sie nicht gemacht da gibt es ja immer auch denn Lizenzprobleme und so und das finde ich dann schon schade hm aber weißt du welches Spiel optimiert für die Xbox Series X kommt jetzt kommt es Madden ja Madden ja ja das äh da also das äh da wollte ich eigentlich das wollte ich jetzt hier nicht anschnallen weil ich wollte mit dir einen extra Podcast drüber machen ja nicht Fifa wir haben Fifa 21 angekündigt hm echt das hätte ich nicht gedacht ja ja okay pass auf ich würde mal sagen was würdest du jetzt mal so ein kurzes Fazit was würdest du sagen äh boah also insgesamt fand ich es jetzt nicht so eine gute äh ich nenne jetzt mal Pressekonferenz ja fand ich die von Sony persönlich jetzt besser also was was jetzt spielemäßig sind wenn das angeht hm ähm wenn ich jetzt eine Top 3 machen würde wird es schwer boah echt? ich glaube wir kommen noch zwei Spiele ja ja doch ja du hast pass auf ich kann dir sagen was du gesagt hast äh doch ich hier nur mal reingucken einmal Tell Me Why von Dotnut ja fandst du cool dann äh As Dusk Falls fandst du gut ja genau die zwei auf jeden Fall und The Medium wenn es nicht ganz so Horror ist ja The Medium vielleicht und ja Forza Forza muss sein ah ja Forza okay dann hast du ja schon vier Titel ja gut ja gut dann streicht immerhin dann streicht The Medium das nämlich dann als Ersatz Titel was ist hier ja okay mit Everwild ah ja das war auch nicht so ja das war auch gut hm war auch nicht schlecht ne es gab schon interessante Titel aber jetzt nichts wo ich sage da brauche ich jetzt unbedingt neue Konsole ne aber so sehe ich das genauso also meine Top 3 sind oder eigentlich vier ich sage jetzt mal vier weil da habe ich noch dazu geschrieben Crossfire weil da fiel mir ein ach die Kampagne macht ja Remedy dann habe ich auf Platz 3 As Dusk Falls auf Platz 2 The Medium finde ich richtig geil und Fable auch wenn es noch ewig lang hin ist aber das ist so darauf freue ich mich am meisten Fable und The Medium das sind so die beiden ich sage wow geil das geht auch in Richtung Triple A es das fordert sicherlich nicht und Crossfire muss man sehen wie groß da die Kampagne ist ähm Forza ja finde ich auch cool aber das ist jetzt nicht so wo ich das ist halt so ja kommt ja sowieso jedes Jahr ähm ne nicht mehr ist geil ja nicht mehr okay ja hast recht nicht mehr aber ja das ist aber jetzt auch nicht so das ist so wie Gran Turismo finde ich auch cool freue ich mich drauf aber es ist jetzt so wow da laufe ich jetzt aber gleich mal hin wenn es rauskommt irgendwie äh da warte ich bis auf 20 Euro und da ist irgendwie egal ob Forza oder Gran Turismo ich bin leider zu doof gewesen ich habe meinen Zettel von der Playstation ich habe ja ganz viele Zettel nach den finde ich jetzt nicht äh die habe ich leider weggeschmissen sonst hätte ich jetzt mal einen schönen Vergleich gehabt ähm ne hab ich ich muss sagen äh ich ich sehe es ein bisschen wie du muss ich jetzt sagen also ich ähm fand Playstation das war natürlich das darf man nicht vergessen bei der Playstation wurde halt auch die Playstation gezeigt und bei der Xbox wusste man ja schon wie auch die Konsole aber Playstation die hatte glaube ich viel mehr Gameplay gehabt lass mich jetzt lügen ich glaube das war fast nur Gameplay sehr viel auf jeden Fall ja das stimmt da das auf jeden Fall aber mir fallen jetzt auch so ad hoc nicht mehr so also Spiderman weiß ich noch aber da bin ich kein großer Fan von äh Horizon Zero Dawn da bin ich großer Fan von freue ich mich auch am meisten drauf ähm das habe ich übrigens jetzt durch den ersten endlich und aber da freue ich mich richtig drauf und ähm ich weiß nicht was da noch war Wretched and Clank ach ja diese diese oder Wretched and Clank ja freue ich mich auch drauf nicht gehypt aber freue ich mich drauf und und da gab es noch dieses Science Fiction Spiel aber nicht dieses Kojima Ding was ähnlich aus das jetzt nicht also nicht dass er das gemacht hätte aber wo viele gesagt haben das hätte auch er machen können ähm sondern dieses andere wo diese Frau jedes Mal wieder neu irgendeine Geschichte erlebt Ah ja ich weiß was du meinst aber frag mir sie wie das Spiel heißt aber das würdest du jetzt gerne wissen ne ne brauchst du jetzt nicht rausholen ne aber das da 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 habe ich ja richtig Bock drauf und generell ja generell ja doch aber irgendwie also ich sag mal so Playstation ist so ein bisschen experimenteller und das finde ich jetzt ganz cool weil mir kommt es so ein bisschen über ehrlich gesagt mir kommt dieses Assassin's Creed jetzt über da bin ich sehr ernüchtert ähm hat jetzt nichts mit Microsoft und auch nichts mit Sony zu tun mehr mit Ubisoft aber ich kann die Scheiße nicht mehr sehen irgendwie genau wie Far Cry obwohl man da jetzt noch nichts von gesehen hat aber es ist immer das gleiche und ich habe keine Lust da 100 Stunden rein zu buttern irgendwie und ähm ja das sind halt diese oder Watch Dogs oh ne also immer das gleiche ist ja diese Ubisoft Formel aber gut bei Watch Dogs bin ich gespannt ich hoffe das wird nicht so ein Kack wie der zweite Teil den zweiten habe ich gehasst ich habe aber trotzdem ich habe ihn trotzdem durchgespielt ja Hut ab also ich nicht aber das ist ganz schön langwierig das zieht sich wie Kaugummi das Spiel warum ich verstehe aber es war Odyssey genauso Odyssey es hat mir so viel Spaß gemacht ich finde das Setting geil ich finde die Charaktere cool so und auch den selbst teilweise die Nebenquests waren gut ähm auch die Hauptquests waren gut aber dann so lang und immer das gleiche und du musst hochleveln weil die Gegner hochleveln und so weiter warum ey hätte man das nicht schön 30 Stunden Kampagne so wie Horizon machen können wäre es viel geiler gewesen ich meine du kannst Horizon auch in die Länge ziehen wenn du die ganzen Nebenquests und die ganzen Sammeldingquests machst ja ja klar das stimmt das stimmt aber du musst das eben nicht machen ne habe ich auch nicht gemacht ich habe die ganzen Nebenquests also am Anfang habe ich ein paar gemacht später habe ich es dann nicht mehr gemacht es hat sich am Ende auch ein bisschen gezogen Horizon muss ich ehrlich sagen am Ende ja stimmt das Ende zählt sich das stimmt ja da habe ich so gedacht jetzt könnte es mal zu Ende sein aber dann kam dieser grandiose Endkampf sag ich jetzt mal den fand ich richtig geil der hat mir richtig viel Spaß gemacht und dann ging es auch schnell zu Ende und dann war es gut und dann nach und dann muss ich sagen es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt echt auf den zweiten Teil also mein Endkampf hat ich glaube eine Minute gedauert oh ok hast du so hochgelevelt oder ich weiß es nicht ich glaube weil ich auf ganz leicht gespielt habe wahrscheinlich habe ich aber auch ich habe auch auf ganz leicht aber da kamen ständig neue Gegner irgendwie ich meine ich habe die alle niedergemetzt ich bin in den Spielen nicht einmal gestorben aber der war so schnell plattig so wie der ist schon tot oder ist jetzt kaputt entweder haben wir es richtig gemacht oder er hat alles falsch gemacht eins von beiden ja wahrscheinlich hast du diese Ballermaschine da in der Hand gehabt dieses Maschinengewehr oder was hast du sagen ne ich habe die die Granatenpfeile geschmissen achso siehst du die habe ich kaum gehabt weil ich da fehlte immer das Material dazu ich habe diese Granatenpfeile ich glaube 3 oder 4 Stück und dann war er Matsch und dann habe ich nur noch die ganzen Gegner die außenrum waren platt gemacht aber das war also da freue ich mich es war echt ein geiles Spiel das hat mir echt sehr viel Spaß gemacht so nachherin muss ich ehrlich sagen fand ich es cool ja der Anfang der zieht sich ein bisschen bei dem Spiel aber dann kommt das so langsam in Fahrt ne ich finde eher das Ende zieht sich also kurz vorm Ende kommt so eine Passage wo ich denke Alter ey jetzt ist es auch mal gut so und dann wieder und dann wieder und dann nochmal dann ist sie in dieser Höhle wo so voll gequatscht wird irgendwie also ich will jetzt nicht spoilern aber vielleicht ne und dann denke ich ey okay jetzt ist Schluss oh ne und dann geht es wieder weiter so und ey ne das ist so wie das Ende von Herr der Ringe wo du denkst okay jetzt ist der Film zu Ende ach ne jetzt fahren sie dann nochmal rüber irgendwie oh ne jetzt sind wir noch zu Ende das ging mir dann auch auf den Sack irgendwie aber so schlimm war es jetzt nicht insgesamt fand ich finde ich das war ein geiles Spiel dass das machen was war denn noch geil bei der Playstation Konferenz ich hab's echt vergessen was war noch irgendwas boah kannst du noch ich hab keine Liste ich hab auch keine Liste mehr ich hab die weggeschmissen ich Idiot weil ich schreib mir ja immer alles nur auf dem PC auf dem Textdokument auf und wenn das fertig ist dann schmeiß ich die ja eh weg so gesehen ja ich bin auch oldschool ich hab wirklich hier Block noch ja ich hab auch ein Block aber ich benutze ihn zu selten ich bin noch ich mach das halt ich bin noch schneller als mit tippen ach so ja ja ey Playstation weiß ich nicht gelungen boah ich hab keine Ahnung es gab noch so viele kleine Dinger wo ich sage ey da hab schon ein paar geile Indie Titel das weiß ich noch ja 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 ach ja zum Beispiel das mit der Katze ach genau das war nicht schlecht also da das fand ich ganz cool es gab da einiges also aber also was man halt auch so merkt auch jetzt gerade in dieser Zeit wo The Last of Of 2 kommt und auch Ghost of Tsushima das sind ja ganz ganz große Produktionen ne also so richtig fette Dinger und sowas hat Microsoft auch aber viel kleiner das ist nur Halo das ist Gears äh äh Forza obwohl jetzt die einen Macher machen jetzt Fable ja und dann geht schon die da wird's dann wird schon die Luft dünner irgendwie weißt du die haben nicht so große Sachen ja das ist das was was Microsoft eigentlich schon seit Jahren hat das Problem ja und die haben hier zum Beispiel oder hier so kleinere Entwicklungsstudios wie äh jetzt kommt mich nicht auf den Namen hier die Days Gone gemacht haben ähm 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 ja genau ne das war ja eher ein kleines Studio die vorher nur kleine Spiele gemacht haben aber ein riesiges Spiel raus gemacht und jetzt haben sie so ein Triple A und das kommt nur weil gesagt hat weil Sony hat gesagt ey okay ihr kriegt Geld von uns ihr kriegt Leute noch von uns oder ihr könnt welche anwerben ne und macht was großes draus ne oder äh Sucker Punch okay die haben ein Famous gemacht die waren schon nicht so klein aber die waren jetzt auch nicht so groß dass sie so ein Ding stemmen können da haben sie gesagt okay ihr könnt jetzt Geld dazu buttern macht Ghost of Tsushima macht ein großes Ding draus das soll ja eingeblich auch eine Spielereihe werden ne mhm also eventuell wenn ihr nachdem wie es ankommt aber da äh das ist wahrscheinlich sehr gut verkauft egal wird es wahrscheinlich auch aber ne also die machen auch so kleineren Studios die Potenzial haben machen sie echt große Sachen draus das ist natürlich schon das hat Microsoft auch aber eben sehr wenig leider nur und die haben halt auch viele ich meine die haben echt da zig Studios aufgekauft aber wenn du mal genau guckst das sind eigentlich nur so kleinere Studis klar es gibt nur so mittlere wie Ninja Theory die den Hayblade machen aber Hayblade ist für mich kein Triple A also es ist ein Double A es ist ein gutes Double A aber es ist kein Triple A dann haben sie Double Fine Productions ey das ist ein Indie Indie Macher halt ne wo ich sag ja ja okay dann äh dieses ITN Knight was du vorhin vorgelesen hast dieses S Das Falls machen das ist auch nur eine kleine Klitsche Dontnut weiß ich nicht ob die jetzt gekauft worden sind aber es ist auch nur ein kleiner Verein Moon Studios die Ori machen das ist ein kleiner Verein selbst Obsidian ist nicht so riesig sie sind natürlich schon ein bisschen größer aber es ist nicht so groß ne oder hier die SteamWorld Entwickler das ist ein Indie Entwickler die haben nichts großes die haben wirklich nur kleinere die haben 4-5 große und der Rest ist alles löd ja da haben sie an die Fans immer groß geschrieben Microsoft hat Studios eingekauft ich so ja das mag zwar sein aber das Studio bringt nichts wenn wenn das Spiel nichts wird sag ich jetzt mal ja ich meine klar so ein Studio wie Naughty Dog die waren auch mal klein aber es braucht 10 Jahre 7, 8, 9, 10 Jahre ehe die dann wirklich so groß sind und auch die richtigen Leute haben ich könnte mir vorstellen dass irgendwann mal Obsidian dahin kommt wenn sie die auch fördern wenn sie da dran bleiben dann kommen die vielleicht mal dahin weil das ist eine Kultfirma und klar oder Playground die werden vielleicht auch mal größer je nachdem wie jetzt Fable wird dass Playground qualitativ super Spiele abgibt ist keine Frage denke ich mal diese Horizon Dinger sind alle klasse und wenn jetzt Fable auch so in die Kerbe steckt von der Qualität her könnte ich mir vorstellen dass sie auch noch wachsen also das ja natürlich ich meine Microsoft die haben zwar jetzt ein paar neue IPs aber jetzt eben nichts Großes naja ein paar ein paar haben sie schon also Halo ist groß Gears ist groß Forza ist groß ja das sind aber alles alte IPs das ist jetzt nichts Neues keine neue Reihe wie jetzt hier Everwild zum Beispiel das recht das stimmt aber Everwild nee weil Rare ist ein reines Microsoft Studio mittlerweile naja aber ich glaube nicht dass das jetzt ein riesiges Spiel wird das nee das glaube ich auch nicht das glaube ich auch nicht kann ich mir vorstellen ich finde es ein bisschen schade bei Microsoft ich bin zwar jetzt nicht so eine große Microsoft Fan aber ich finde es ein bisschen schade weil irgendwie gönne ich es denen mal dass die eigentlich mal was richtig Großes reißen ja ja man muss kein Fan sagen von Microsoft aber man muss natürlich sehen dass man Sony die Stirn bietet damit Sony weil Sony hat nun mal den Hang dazu sich auch mal gehen zu lassen faul zu werden und wenn die Konkurrenz nicht da ist ne dann sind die halt dann werden die schnell auch großkotzig und deswegen ist es wichtig das war damals bei den PS2 da gab es ja keine Konkurrenz groß ne ja aber es ist bei der Playstation 4 auch teilweise gewesen wo sie gesagt hat ey ne Crossplay wird es mit uns nicht geben ne und Abwärtskompatibilität wird es mit uns nicht geben haben sie alles gesagt dann sind sie überall zurückgerudert und ähm ja weil die haben gesehen okay bei der Xbox läuft das ne also ich selber zocke auch auf der Xbox One sehr viele alte Titel ich hab ähm ne keine Ahnung ist jetzt auch egal ich will jetzt nicht alles aufzählen aber ich zocke öfters mal so alte Spiele noch auf der Xbox One weil die auch dann besser auch noch teilweise aussehen und äh da gehen die jetzt ja auch hin äh mittlerweile rudert ja Playstation und Sony zurück und sagt irgendwie okay alles klar wir müssen jetzt auch abwärtskompatibel sein mit vielen Titeln davon haben wir auch nichts mehr gehört ne das war dann abwärtskompatibel weder was von 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 Microsoft noch von Playstation oh Gott ja das ist in der Richtung ja vielleicht kommt da noch irgendwie eine Präsentation von Microsoft ja sowieso dass sie dann sagen ja okay hier das und das ist kompatibel das und das ist enhanced und so weiter und so fort ne ich denk mal aber Sony wird auch noch vor dem Launch irgendwas bringen nochmal so anheizen auf jeden Fall damit man nicht in Vergessenheit gerät und so es gibt ja auch so ein paar Publisher die machen dieses äh äh wie heißt es bei Microsoft dieses äh abwärtskompatibel Gedöns ähm von The One ahja ähm Smart Delivery ja genau gibt's ja EA zum Beispiel die machen ja gar nicht mit ne Handel doch aber mit Einschränkungen ja die haben ihr eigenes Ding du musst innerhalb von diesem Zeitraum ein halbes Jahr oder so musst du das Spiel gekauft haben mhm dann ja sonst nicht die haben ihr eigenes Ding also die machen nicht direkt Smart Delivery die haben da ihr eigenes Gedöns das ist wieder richtig aber aber große hier ey guck dir an hier Cyberpunk die machen's ne ohne aufpreis das fand ich schon cool Ubisoft glaube ich auch wenn ich mich recht im Sinne das weiß ich nicht kann sagen also ich hab mich dann ich hab mich dann nicht weiter da darf ich den dann weiter verfolgen optimiert für Series X ist jedenfalls auch Valhalla als Assassin's Creed aber gut das wird ja sowieso nochmal extra für Xbox Series X eine Version auskommen so geh ich mal von aus ja äh äh ja haben sie auch schon gesagt äh Fakt ist ja auch du kannst theoretisch wenn du jetzt nochmal beide wenn du jetzt beide Konsolen hier hast also so wie ich jetzt oder wie du die Playstation 4 und auch die Xbox One dann kannst du theoretisch wenn du jetzt eine Series X kaufst kannst du sagen okay die Xbox One brauche ich nicht mehr die kann ich jetzt verkaufen ja die brauchst du nicht mehr bei der Playstation bin ich mir nicht so sicher weil erstmal nur nur in Anführungszeichen nur 100 Spiele rauskommen äh also Playstation 4 die abwärtskompatibel sind ja es hieß ja 100 Spiele wurden erstmal getestet so hieß es ja naja das ist ja noch schlimmer ähm dann hieß es ja man geht davon aus ja das ist wieder so eine blöde Aussage dass alle Spiele kompatibel oder bis zu 4000 Spiele kompatibel sein werden ja aber nicht zum Launch ne die haben ja gesagt im Laufe der Konsolen-Ära genau im Laufe der aber aber wenn ich jetzt ja du hast ja hey komm du weißt ja wir hatten ja vorhin drüber gesprochen jeder hat ein Pile auf Schelm so und dann guckst du ach scheiße das Spiel ist noch gar nicht abwärtskompatibel du musst deine Playstation 4 eigentlich erst nochmal stehen lassen ja das ist wenn du wenn du deine alten Spiele noch zocken willst müssten alle direkt kompatibel sein ich meine gut die Xbox 360 Zitel das kam ja auch als Spiele mit der Abwärtskompatibilität aber da kam ja ja klar aber Xbox wie gesagt die machen das sofort ja ja da kam ja monatlich immer am Anfang ich glaube immer 10 Spiele jeden Monat die abwärtskompatibel wurden und mit der Zeit genau irgendwie so ja 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 aber das finde ich ein bisschen schade wie gesagt äh ich hätte jetzt gerne dass da alle Spiele wirklich alle das war richtig geil also nicht nur die Xbox One alle sondern halt alle von der X360 von der Classic das wäre richtig cool wenn wir sagen ey komm das bieten wir jetzt alle Spiele alle die du kennst kannst du jetzt ja das das wäre natürlich richtig genial kannst du die alte Xbox wegschmeißen und die 360 was heißt wegschmeißen verkaufen kannst du verkaufen oder hebst die halt auf klar aber zumindest kannst du sie abstöpseln ja ich meine gut den schweren Kasten die die Xbox Classic boah ich bin froh wenn ich sie nicht mehr benutzen muss ganz low vor allem mit Kabel noch Kabelkontroller ja aber es wird nicht es wird nicht so laufen ich ähm kann ich mir nicht vorstellen ja schön wäre es weil da gibt es dann immer auch diese Musikrechte ne da war es keiner mehr wir hatten die Lizenz äh scheiße und kriegen wir nicht mehr und keiner weiß Bescheid das ist manchmal so weil im Laufe der Zeit sind ja auch viele Studios verkauft wurden die Marken wurden verkauft oder der Markenschutz ist abgelaufen und keiner weiß mehr wen es gehört es denn jetzt und so und dann hast du halt dieses Problem das hat mich mal dieser ähm ich weiß gar nicht was Matt Booty oder so einer hat das mal erzählt bei einem Microsoft wie schwer das ist halt da die Lizenzen zu bekommen teilweise mhm weil keiner dafür zuständig ist und dann ja das war ja das war ja ich glaub GTA 4 oder was 5 sogar wo ein paar Lider rausgenommen wurden ja ja aus dem Radiosendern ja das ist das ist ja das ist auch immer noch aktuell du siehst ja jetzt kommt äh Tony Hawk ähm wo sich alle so freuen weil das wahrscheinlich so ein toller Soundtrack ist ich kenn das Spiel nicht aber äh da haben sie auch gesagt ja 3 4 Lieder werdet ihr da nicht drin finden weil wir nicht die Lizenz mehr haben dafür ja das ist ja das ist immer ja ja Musik gerade Musik das ist immer schwierig ja äh äh deswegen sag ich ja aber nicht nur das ich kann mir auch vorstellen es gibt immer ich weiß es nicht zum Beispiel äh Max Payne 3 einer meiner Lieblingsspiele deswegen sag ich das nochmal das ist ja von Rockstar gepublished gemacht von Remedy und ich kann mir vorstellen weil die geben die Lizenz nicht her äh dass sie sagen ja vielleicht machen wir irgendwann mal ein Remake draus ja das ja das wäre eine Option ja deswegen sollen sie Leute das jetzt nicht in Abwärts in dieser Abwärtskompatibilität äh äh zocken dürfen weil wir machen dann später mal ein Remake draus und ich kann mir vorstellen dass das bei mehreren Spielen so noch der Fall ist die noch nicht äh die noch nicht dieses Feature haben aber wo das komplette Radio verfügbar ist ist mir nicht eine Mafia Remake das haben sie mir nicht gesagt da ist komplett alles vorhanden wie auch im Original im Mafia 1 na toll das sind ja das ist er hat einen super geilen Soundtrack aber ganz ehrlich das ist ja gut das ist natürlich da hörst du ja nicht irgendwie Simple Minds aus dem Radio wie bei GTA nee das ist ja sondern da hörst du Mucke aus den 20ern die Leute sind schon alle tot da sind die sind alle lizenzfrei ja das ist ja so das ist ja alles so das ist so wie mit alten Büchern so Soul Musik größtenteils ja nee Big Band ja aber sowas Big Band Soul ist das nicht Soul kam viel später erst ey das ist 1920 oder 30er Jahre 30er Jahre nicht 20 aber 30er Jahre ich weiß es gar nicht also so lange her das ist so geil ich freue mich so sehr auf das Spiel wie auf kein anderes ehrlich wie auf kein anderes ich habe ja jetzt Gameplay man hat ja jetzt Gameplay gesehen zum ersten Mal ja ich habe nur ganz kurz reingeguckt habe ich gleich wieder ausgeschaltet das ist ja erstmal geil aus aber ich will mir ich will nichts sehen ich will nur dieses Spiel haben und das ist ein Spiel ich kaufe hier gerne doppelt das werde ich mir für beide holen echt? werde ich mir echt für beide holen ja weil ich bin immer so einer der sagt okay ich zocke es jetzt erstmal erstmal für die Xbox weil da will ich die ganzen Erfolge haben und dann habe ich auch erstmal keinen Bock auf das Spiel und dann sage ich mir ey irgendwann habe ich wieder Bock auf das Spiel aber dann habe ich sie auf der Xbox schon durch und ich habe aber noch nicht die Trophäen und dann zocke ich sie auf der Playstation oder umgekehrt je nachdem okay ja nee das habe ich nicht ich will mir dann ja würde ich mir sowieso für die Playstation wahrscheinlich holen aber ich bin da so ich habe das damals gesuchtet wie so ein Blöder ich auch nur der Anfang der war ein bisschen schleppend mit dem Taxifahren am Anfang ja kann sein ist schon lange her ja du warst ja bestimmt ich glaube eine Stunde oder so mit Taxifahren beschäftigt erstmal die ersten oh Gott oh Gott oh Gott ja das weiß ich noch ich glaube du musst jetzt am Anfang ich glaube fünf Fahrgäste erstmal fahren und dann fing das erstmal richtig an ja stimmt du fängst als Taxifahrer an ja aber die haben viele Sachen verbessert zum Beispiel halt diese schreckliche Autorennen das soll jetzt sich erstens ist es haben sie ein bisschen Schwierigkeitsgrad runtergedreht und sie sollte sich auch besser steuern lassen boah das war ja ein Krampf mit dem Rennwagen ey das war echt ein Krampf ja aber 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 das haben sie verbessert das war ja bei dieser Rennstrecke ein Fehler und das Renn war gelaufen ja kannst du gleich mal von vorne anfangen aber ich war da so motiviert ich hab's ja halt wirklich durchgezogen aber ich wollte unbedingt wissen wie die Story weitergeht ja ich hab auch durchgespielt also ich hab's ich hab's jetzt nochmal auf der PS2 versucht zu spielen versucht wohlgemerkt boah nee das ist ja das sieht ja so schrecklich aus auf der PS2 boah gigant ich hab's noch ich hab's nochmal für die obwohl ich das noch nie gezockt habe ich hab's ja damals auch auf dem PC gezockt ich hab's aber nochmal für die Xbox Classico da soll's ein bisschen besser sein als auf der PS2 damals ja das ist tatsächlich die optisch schönste Version glaub ich sogar also von den Konsolen zumindest ja aber für PC sah's schon noch am besten aus würde ich sagen ja gut PC ist wieder eine ganz andere Hausnummer ja da gibt's ja dann noch Grafikmods und keine Ahnung was ich hatte einen Mod gehabt da war alles in Schneelandschaft da war richtig schick sah das aus ach geil mhm aber sonst hat sich nichts verändert das war wirklich nur so ein so ein kleines Grafikupdate was ich aber geil finde beim Remake dass du jetzt auch Motorräder fahren kannst oh das ist cool ja ja das haben sie ja neu eingebaut sonst ist ja die Story haben sie ja belassen wie sie ist es sind ja nur neue Zwischensequenzen noch dazugekommen so hab ich das gelesen ja das also also ich naja das ist mir auch geil ich würd's mir so oder so kaufen aber klar das ist natürlich noch so weil ich fahr gerne Motorrad so also nicht in echt aber in Spielen halt und da das ist cool das find ich cool ist mir immer ein bisschen wendiger auch in der Stadt und so ne ja ich bin auch bei GTA bin ich immer gerne mit dem Motorrad gefahren find ich immer das geil und es gibt wieder Straßenbahnen naja gab's ja gab's ja im zweiten und im dritten gab's ja keine Straßenbahnen im dritten gab's ja keine Straßenbahnen im dritten gab's ja keine Straßenbahnen im dritten hab ich nicht so lange gespielt fand ich dämlich irgendwie im zweiten hab ich schon ein bisschen länger gespielt aber hm fand ich nicht mehr so gut für den ersten was die erste erste war schon maß aller Dinge aber ich hab den zweiten bestimmt gefühlt 10 mal durchgespielt echt? ja das war halt sehr actionreich ja das war ja extrem viel Action das weiß ich noch ich weiß es nicht mehr ehrlich das war ja jetzt nicht so wie der erste der erste war ja der Vorgeschmack quasi ja aber der erste hat so ne geile Story so ey ja das stimmt eigentlich aber ähm ich glaub ich schweife ein bisschen ab ja wir schweife ein bisschen ab ne hast recht ja dann äh ich würd sagen äh gut mein Fazit ist wie gesagt ähm ja ich fand ich fand's ich fand's ich fand's solide sagen wir's mal so ähm was ich nachteilig sehe für Microsoft ist äh weil ich bin in dem Thema ja so ein bisschen drin Microsoft weiß ja aber äh die hätten es reicht nicht für die Playstation sagen wir's mal so ne also die äh die werden die Playstation so niemals einholen nie 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 weil die hätten jetzt irgendwie mindestens drei Titel bringen müssen wo alle wo man sagt äh okay ich bin Playstation Fan aber das hat mich jetzt überzeugt ich werd mir jetzt die Xbox holen und das haben sie nicht gemacht ja haben sie nicht gemacht ne das ist so so das Killerspiel und eins hätte auch nicht gereicht mindestens drei und ich rede jetzt nicht von Halo oder so und auch ich hätte auch kein Gears oder so gemacht das müsste was ganz Neues sein ja sowas wie wie wenn so als wenn Naughty Dot ein neues Spiel macht ja jetzt nicht nicht jetzt von Naughty Dot aber so jetzt ne von der Qualität her von der von der Länge her und ein reines Singleplayer Ding wo wo man sagt ey ich bin Playstation Fan aber das Spiel ey das möchte ich so gerne spielen ich werde mir okay vielleicht hol ich mir auch noch eine Playstation aber da werde ich mir jetzt auch noch eine Xbox One holen das war nicht dabei die brauchen halt so einen richtigen Kracher wie auf der Playstation ein God of War oder ein Horizon Zero Dawn oder irgendwie sowas in der Richtung ja oder 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 es gibt da ja echt viele viele geile Beispiele irgendwie was die Playstation hat was die Xbox leider nicht hat ja Xbox die hauen immer wieder dieselben Marken raus immer und immer wieder Halo ja okay das finde ich ja per se jetzt nicht verkehrt also ich finde guck dir Nintendo an ja gut Mario Mario Pokemon Mario Kirby Pokemon ne okay und da sagt ja auch kein Schwein was ne da sagen ja auch viele okay ja gut ist halt so ähm und äh klar ich sag mal so wenn man jetzt ein totaler Fanboy ist von Play äh von der Xbox bin ich nicht aber wenn man es ist und äh man hat schon ewig jahrelang Forza gezockt und man ist in diesem Halo Universum und freut sich jetzt noch auf ein neues Fable und so weiter und dann halt noch ein paar andere Spiele dann war ich da würde ich echt sagen okay für den war die Präsentation schon richtig geil für den war das richtig geil weil er bekommt genau das was er von Microsoft erwartet mhm aber jetzt sag mal für mich ich bin äh ich spiele gerne auf der Xbox ne also ich bin jetzt kein mega Fan oder so ich spiele aber gerne auf der Xbox aber ich hätte natürlich schon so ein bisschen mehr was gesehen ähm also große Titel nicht jetzt irgendwie sowas Kleines nicht hier blablabla und so weiter ähm das jetzt nicht sondern wirklich was Großes ne und das war nicht und das fand ich schade das stimmt das reicht nicht ich fand das im Livechat ich fand das im Livechat ich hab ja diesen deutschen Livechat geguckt und da kam gerade was war denn das Grounded ja und da haben ein paar geschrieben oh der Playstation Killer ich hab ich ich denk so was nein ne im Leben nicht ne ne da muss schon da ist auch gar keine Story drin da muss schon was was Großes kommen du bist halt geschrumpft irgendwie und kämpfst dich da durch da muss schon wirklich was richtig Großes kommen und nicht nur so ein nein die brauchen so ein 5-6 Stunden Spiel der Phil Spencer hat's ja erkannt deswegen verstehe ich's nicht weil der hat gesagt wir brauchen große Singleplayer Spiele Phil ist auch so ein Typ der schwätzt viel sag ich jetzt mal so ganz doof gesagt ja viel Marketing geschwätzt ist das bei ihm ja tut er immer das hochloben und hier und da und das ist ja klar aber das ist ja normal da kann ich ja nicht hinstellen und sagen ey Leute hier so sieht's aus wir haben die alten Marken normal ich mag das generell ja nicht so wir sind die Besten und wir haben die besten Spiele und bla 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 das ich mag das nicht dieses Marketing geschwätzt auch bei Sony nicht ah ne nee klar naja aber Sony hat diesmal derbe auf die Kacke gauern also Future of Playing und bla 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 seh ich nicht also tut mir leid also Future of Playing also ganz ehrlich ich meine Microsoft hat ja zumindest zwei Sachen die sie richtig gut machen und das ist die Abwärtskompatibilität oh ich hasse das Wort und den Game Pass ja stimmt da sagen alle das ist richtig geil also auch reine Sony Fanboys die ich kenne die sagen ey diese beiden Sachen sind richtig richtig geil ähm und das machen sie und das machen sie gut und ähm aber es fehlt halt an anderen ja ich mein Sony geht ja langsam in die Richtung mit PS Now aber eben nicht so effektiv wie das Microsoft macht ja aber ich hatte vorhin schon gesagt also es ist halt so ich finde die ja es kommt nix es kommt nur scheiße ich hab das ja ich hab das für ein Jahr abonniert ich hab neulich mal wieder reingeguckt vor zwei Tagen wow scheiße das ist ja überhaupt nix neues und dann ja Dishonored ey zwei also mal ganz ehrlich ey das ist ja wohl dafür mach ich das Ding noch nicht an ja Sony müsste das eben machen wie Microsoft dass die Exklusivtitel eben direkt zum Launch drinnen sind aber eben auch drinnen bleiben ja das werden die aber nicht machen weil ihre scheiß Produktionen so teuer sind das kann halt Naughty Dot hat was weiß ich wie viele Mitarbeiter ne und die haben ja ewig dran gesessen da hat das hauen die denn da nicht rein das machen die aber ein Halo das ist ja auch nicht gerade billig denke ich mal beispielsweise ne aber oder jetzt der vielleicht aber ey aber da gebe ich dir absolut recht aber man muss es ja auch mal wenn man es jetzt mal wirklich ganz groß sieht Microsoft ne da ist Xbox die Exo sparte die die hat glaube ich 5% oder so ja von den ganzen Unternehmen stimmt jetzt habe ich gesehen Playstation nimmt 37% des Gesamtvolumens von Sony ein mittlerweile 37% Sony hat Sony hat ja auch ich glaube 60% Marktanteil oder so ne ja klar und wenn das wegbricht bei Sony die haben ja schon viele Sachen verloren die haben an einem Fernseher verloren die haben bei den Walkdingern verloren Walkmandingern gibt es ja kaum noch die haben bei den Handys bei den Smartphones die haben ja nicht mehr allzu viel die haben jetzt noch Filme was auch noch recht groß ist ne aber die haben viel an Samsung verloren zum Beispiel ja gut die Filmstudios die sind ja wieder extern ja die gehören auch zu Sony ja Sony Pictures das Ding ist halt also Playstation ist ja ich würde schon sagen essentiell wichtig für Sony weil wenn die wegbrechen dann würden sie sich konkurs anmelden das jetzt nicht aber ey das sind fast 40 Cent aber dann müssen die sich irgendwas neues einfallen lassen ja aber das musst du erstmal aus dem Finger saugen irgendwie viel Spaß und bei äh wenn Xbox irgendwann pleite geht oder wenn die sagen okay es lohnt sich nicht mehr das ist scheißegal das sind 5% von von Microsoft 5% ja das meiste das meiste geht ja glaube ich an Windows und Office über ne genau ja Office sowieso ne und äh aber auch das Betriebssystem die machen Milliarden Gewinne und Sony macht Millionen Gewinne das ist schon ein Unterschied ja deswegen ist Sony äh ja klar deswegen hauen die da auch alles rein die wollen ja auch äh das haben sie auch gesagt die wollen die Playstation Sparte noch erhöhen die wollen da noch mehrere einbuttern die wollen ja die sind schon Nummer eins aber die wollen natürlich auch das festigen ne weil die wissen selber wenn das mal zusammenbricht dann sind sie am Arsch wie gesagt und bei bei Microsoft Microsoft konnte sich ohne Probleme zum Beispiel EA kaufen sag ich mal als Studio machen sie jetzt nicht weil die haben dann auch ihre Aktionäre und so weiter dann müssen sie sich rechtfertigen aber die könnten so ein Ding kaufen ohne mit der Wimper zu zucken theoretisch bei Sony ist es halt immer ein Risikobeschäft wenn die ein Spiel entwickeln das sind ja immer Millionen an Kosten und wenn das Spiel floppt ja dann sind die total im Arsch kann man so sagen ja aber mittlerweile ey ganz ehrlich die haben ja die haben natürlich die Erfahrung ne die haben die Erfahrung und so ein Spiel wie Last of Us das würde nie floppen nie 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 ne das ist einfach so Ghost of Tsushima ja vielleicht so ein leichter flop ist es natürlich jetzt nicht geworden ne das ist ein großer Erfolg aber die haben die Erfahrung dass das eben nicht floppt also die sind ja nicht doof ne die haben auch mehr ich würde sogar sagen die haben generell mehr Erfahrung in den ganzen Gaming Bereich als Microsoft weil die natürlich auch später eingestiegen ist Microsoft ist ja viel später eingestiegen aber Microsoft die haben ja damals schon Spiele produziert Age of Empires und Flight Simulator und hast du nie gesehen ne die haben ja schon vor Sony angefangen quasi aber Sony aber Sony hat ja gleich richtig auf die Kacke gehauen ne direkt am Anfang schon damals ja ja das ist richtig ich meine gut damals ich kann es jetzt nicht mit heute vergleichen so Crash Bandicoot und so ein Kram ne aber äh trotzdem haben die immer direkt gesagt okay wenn wir das machen dann machen wir das richtig aber ja klar ich meine was ich halt auch cool finde um jetzt nochmal beim Thema hier zu bleiben also um diesen Vergleich zu machen was ich halt cool finde von Playstation ist ähm ja die sind mutiger ne also einmal äh auch bei der Hardware ähm nicht nur das Design sondern auch mit dem Controller ich meine Microsoft bringt jetzt einfach nur das olle Ding nochmal mit ein bisschen abgerundert ein bisschen leichter okay es kann geiler sein eine Taste mehr und diesen Share Button da oder wie sie ja heute den nennen mögen ja das Share Button was die Playstation jetzt sowieso schon hat fand ich ja aber Playstation mit ihren äh da bin ich ja schon echt gespannt drauf vielleicht ist es ein Ding was mich nervt was ich dann wieder ausschalte aber erstmal bin ich gespannt drauf mit ihren ach du meinst du das haptische Feedback meinst du wahrscheinlich ne ja genau ne wo sie die Trigger und so was alles haptisch ist das soll ja zum Beispiel bei Ratchet und Clank richtig geil kommen wo sie schon gesagt haben ja ey wenn die Figur Gegenwind hat ne dann merkst du das an den Triggern ich frage mich nicht wie aber das hat dieser Typ gesagt von ja ich ich man kann sich das noch nicht so vorstellen das ist halt ein bisschen schwierig glaube ich ne und ja ich wie gesagt es kann nerven weil äh ich wenn ich mir vorstelle die haben ja zum Beispiel gesagt äh du spannst dann so einen Bogen und du merkst dann den Widerstand je weiter du nach hinten drückst mhm wenn du jetzt so einen Fall einen Bogen hast und stell dir mal ein Spiel vor wie Horizon Horizon Zero Dawn wo du ja eigentlich nur mit dem Bogen unterwegs bist fast ok du hast auch nur einen Schleuder aber dann wäre es ja ungefähr das gleiche wo du die ganze Zeit immer den Bogen spannst äh da würde ich das Ding ausstellen muss ich dir ehrlich sagen das wäre mir zu nervig ja das kommt auch an vielleicht kann man es ja einstellen wie wie stark der Widerstand sein soll oder so kann ja sein ja will ich aber nicht ich möchte zack 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 ich möchte die Dinger schnell abschießen irgendwie ich will das gar nicht aber das das wäre mir dann schon too much ich kann mir vorstellen dass na ok dann lassen wir es mal es wird sowieso nicht jedes Spiel haben davon gehe ich mal ganz stark aus das werden wahrscheinlich größtenteils nur die Exklusivtitel haben denke ich auch das ist ja bei Microsoft genauso mit dem mit den Triggern das haben ja meistens nur die Exklusivtitel ja bei der bei der Xbox war bei dem Forza oder so hat das ja zum Beispiel ich glaube Gears hat es auch glaube ich Gears hat es auch ja ja Gears hat es definitiv ja das stimmt schon das wird wahrscheinlich so sein aber gut ich bin auf jeden Fall gespannt drauf und deswegen freue ich mich ein Tecken mehr auf die Playstation und das Design ja ist extravagant aber ich finde es irgendwo ganz cool also gut da guckst du nach drei Tagen guckst du da nicht mehr hin ja also die Konsole fällt auf jeden Fall auf im Wohnzimmer das auf jeden Fall im Gegensatz zu so einem schwarzen Kasten jetzt wie ja weil das ist halt die Frage ne wie oft guckst du da hin vielleicht eine Woche und dann irgendwann guckst du ja weißt du du übersiehst es denn einfach das Design hast du ja ja natürlich irgendwann hast du dich satt gesehen das ist irgendwo logisch erstmal musst du sagen boah guck mal geil und blablabla und dann irgendwann so ja das ist meine Playstation ja so ungefähr weißt du so ungefähr ja wo ich noch ein bisschen Bedenken habe ist halt mit den Lüftern weil auch wenn die Playstation 5 natürlich enorm groß ist die Lüftungsschlitze fand ich jetzt nicht so groß ich hätte so getippt die sind vielleicht fingerbreit wo ich dann schon mehr Bedenken habe es ist so hm wenn du bedenkst guck mal dieser Kasten von Xbox äh Series X der hat ja eine richtig große eine richtig große Luke oben ja stimmt oben und unten ne also unten sorgst du ja rein oben gehst du raus so und da äh ne also das ist ja riesig so und bei Playstation echt nur so zwei kleine Dinger die von oben nach unten gehen so boah die haben ja so ein spezielles äh Kühlungssystem da irgendwie eingebaut ne also ich weiß es nicht also ne man weiß es noch nicht die haben ja nichts darüber verraten also von daher ist das jetzt alles spekulativ aber hm ja man muss gucken also ich hoffe ja dass sie es diesmal besser machen als mit der wie mit der PS4 mit dem Kühlungssystem weil das wär schon besser für Sony auf jeden Fall ich weiß noch äh wie gesagt ich bin ähm ich bin ja eigentlich so Playstation 3 und hab mich total auf die 4 gefreut kauf mir das scheiß Ding und dann hatte ich ewig dieses Pfeifen gehabt und da hatte ich die Playstation hier noch auf dem Schreibtisch stehen und äh da hab ich es dann wieder verkauft da hab ich mir gedacht ne das tut es genial und da von da aus bin ich dann auf die Xbox S gekommen mhm weil die hab ich mich dann hingestellt und die war super leise ja das das kriegt Microsoft immer hin ob das jetzt die die alte Xbox war oder die 360 ne die ganz alten Xbox 360 waren auch sehr laut ne die hab ich nicht gehabt ich hab ja nur die S die S ist leise mhm aber äh aber die ganz alten Xbox 360 waren auch sehr laut ja das kann sein die Arcade und so das kann gut sein ja ja genau die war noch mit mit Memory Card aber es war kein Pfeifen weißt du du hast das ist mehr wie so beim Rechner so ein laut zwar ne so ein durchgängiges Geräusch halt ne ja das ist nicht so schlimm aber die hatte die Playstation die allererste halt ne und die hat also die 4 jetzt ne und die hat die ganze Zeit gefiffen wirklich so so und das geht mir so auf den Sack ich dachte ey ey ne das halte ich nicht aus also das halte ich nicht aus also gar nicht dieses Lüftergeräusch sondern halt diese Spulenpfeifen ja 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 genau wow das haben die dann hab ich mir eine andere gekauft irgendwann dachte ich okay versuchst es nochmal halt ja genau das gleiche wieder verkauft dann kam die Pro die war dann erst leise und dann aber auch laut die hab ich dann auch verkauft und dann kam die neue Pro die ich jetzt habe die jetzt ein Jahr alt ist oder nicht ganz ein dreiviertel Jahr wo sie gesagt haben wir haben einen neuen Lüfter eingebaut der soll jetzt sehr leise sein und da muss ich jetzt echt sagen die ist wirklich leise jetzt ich hab ne ganz leise Pro das ist die die mit Red Dead raus kam ne ja ja genau letzte Revision quasi das wird doch nicht die allerletzte sein da wird bestimmt nochmal eine kommen aber die ist angenehm die ist wirklich angenehm ich spiele sehr gerne jetzt auch wieder mit der Playstation 4 die hörste nicht die hörste gar nicht also jetzt mittlerweile ist meine X wieder ein bisschen lauter geworden weil die ja schon ich hatte die erste halt ne sie ist grob hier noch und die ist wahrscheinlich wahrscheinlich sie schon verdreckt mit Staub oder so ähm aber die hörst du jetzt schon mehr also meine Pro ist leiser ne meine nicht ja gut ich hab ja die erste Pro ja die erste Revision davon und gerade wenn ich so im Spiel bin und dann ins Menü gehe dann geht das Ding ja los ne naja das ist komisch wenn du im Spiel ins Ingame Menü gehst dann geht das Ding hoch gerade bei so Titeln wie Horizon Zero Dawn oder God of War meinetwegen ja das verstehe ich sowieso nicht keine Ahnung warum die da so hoch drehen also das ist mir ein Rätsel das weiß ich auch nicht ja vielleicht ja keine Ahnung vielleicht hörst du es einfach nur weil du dann die Ingame Geräusche oder Musik nicht mehr hörst weil im Menü hast du ja nicht so viel Geräusche als beim Spiel vielleicht deswegen ja gut aber die dreht ja richtig hoch ja ja meine nicht also meine ist wirklich leicht ich höre ja dann wie der Lüfter einen los macht ja ich denke der hebt gleich ab ja ja aber wie gesagt also wenn Lüfter wenn es nur das Lüftergeräusch ist kann ich sogar noch mit leben aber dieses Spulenpfeifen das geht nicht also da werde ich wahnsinnig ja das kann ich nach ne ich hab mich auch langsam dran gewöhnt also irgendwann hörst du das gar nicht mehr ja ja also wie gesagt oder du musst nur Kopfhörer spielen dann hörst du es ja auch nicht ne den mag ich ja gar nicht ne ich mag auch nicht ich habe auch keine Kopfhörer außer für die VR da habe ich eine aber ansonsten mag ich auch keine Kopfhörer ich mag das nicht ne ich schwitze ich immer so drunter ich kann das nicht haben so stundenlangen Headset auf dem Kopf das reicht mir jetzt schon ja ja ich werde zu schwitzen ja 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 aber ja das stimmt auch ich glaube wir sollten langsam feiern ja ich werde auch müde aber wie gesagt also bei mir ist es so ich werde mir beide Konsolen holen aber ein bisschen mehr freue ich mich auf die Playstation 5 so wie ich dich kenne wirst du auch erstmal die 5 holen ja ich glaube ich werde das wieder machen wie ich das bei der jetzigen Generation gemacht habe sprich ich hol mir erst die Playstation und dann so sagen wir so 2 Jahre später dann die Xbox weil dann kostet die nicht mehr so viel weil Xbox die fallen ja sowieso schnell im Preis das war ja damals schon so ja und du hast den Vorteil wenn du das erst in 2 Jahren holst dann kommen ja auch erst die richtigen Spiele die nur für die Series X auch rauskommen ja das auch also ich weiß damals ich habe die Xbox One gut die erste die erste Xbox One noch ja die Launch Edition weißt du der Videorekorder ja habe ich ja für 100 Euro geholt bei Ebay ja ja das war ein Schnäppchen das war damals ein Schnäppchen da hat die noch 300 Euro gekostet oder so neu hm das war ein Schnäppchen auf jeden Fall ja aber ich werde das wieder denke ich mal so machen denke ich mal es sei denn Microsoft hat wirklich krasse Titel raus endlich mal dann sieht das wieder anders aus dann werde ich sie mir ja dann hättest du die aber heute gesehen weil die werden sie ja in 2 Jahren auch nicht an sein ja aber es kommt ja noch es kommt ja noch ein Event eins kommt ja auf jeden Fall noch mindestens noch eins haben sie da kommt nichts Neues die haben gesagt es kommt auf jeden Fall noch noch ein Event also eins kommt auf jeden Fall noch aber da wird nichts Neues kommen und wenn was Neues kommt dann nur so kleine Indie Titel ja gut das kann natürlich sein ja oder die werden nur was zeigen was wir schon wissen das ist Gears 5 ja vielleicht nochmal einen neuen Trailer von Halo vielleicht nochmal einen Trailer jetzt mal auch von Forza das mal was zeigen ja oder es kommt hier Gears 5 für die Xbox Series X ja schön oder das nochmal das haben sie ja schon aber aber das werden sie auch nochmal aufwärmen oder was du vorhin sagtest hier mit diesen diesen 5 Titel da Dragon Quest und so das wird das vielleicht nochmal ja das kann gut sein ja aber es wird sich auf jeden Fall viel nochmal wiederholen davon kannst du voll ausgehen Gameplay ja Gameplay wäre mal nicht schlecht zu den Titeln die wir heute gesehen haben aber gut da muss ich sagen bei der Playstation war ja auch nicht alles mit Gameplay also da waren einige ich habe leider die Liste nicht mehr aber es war aber es war auf jeden Fall mehr Gameplay bin ich so der Meinung es war mehr ja auf jeden Fall auch wenn da viel Indie Kram dabei war gut das war jetzt hier natürlich auch wieder der Fall aber guck mal wir hatten Gameplay von Spiderman lass mich jetzt lügen ne ne da war kein Gameplay das war auch nur ein Rinder Trailer ja das stimmt ja genau so selbst Horizon war nur Trailer da war auch kein Gameplay zu sehen stimmt stimmt ja aber aber wir werden es sehen ne aber eins muss ich sagen nochmal ganz kurz noch einen Satz ähm und zwar also ich fand sowohl von Sony als auch von Microsoft beide Präsentationen solide das war jetzt nichts was mich vom Hocker gerissen hat bei beiden nicht aber ich fand es beide okay aber ich fand beide besser als zum Beispiel das jetzt von Ubisoft die äh da dachte ich ey das ist ein scheiß Witz das habe ich mir erst gar nicht angeguckt da bringen sie ich habe es mir angeguckt da bringen sie drei Spiele ähm ja also das ist ja wirklich also hier Valhalla okay hat man ein bisschen Gameplay jetzt gesehen Far Cry war vorher schon geleakt irgendwie so null Gameplay und dann Watch Dogs das ist eigentlich gut da kannst du auch das alte Watch Dogs nochmal dir angucken das ist das gleiche nur in einem anderen Setting und da dachte ich und das war es ey ey nix von äh ihr wie hieß das God & Evil God & Evil God & Evil keine Ah God & Evil 2 ja da habe ich auch da habe ich auch wieder da habe ich auch wieder was gehört dass sie wieder von Porno anfangen mit der Entwicklung ey lenkt mich am Arsch nichts von gezeigt dann worauf ich richtig geil bin äh dieses Skull & Bones ja haha da wollen sie jetzt ein Service Game draus machen da dachte ich ja komm ja hab ich nämlich auch gelesen es hieß ja erst dass es auch eine Kampagne bekommt und jetzt heißt es wieder das wird ein reines Multiplayer Ding ja dann dann sollen sie es behalten und dann äh dieses dieses äh ja dieses Assassin Creed was aussieht wie äh wie ein Zelda Spiel du weißt schon Gott & Monsters ach ja siehst das so genau und von den drei Spielen haben sie nichts gezeigt nichts oder ein Rayman ey alter viele haben so spekuliert alter die bringen ein neues Rayman oder ein Splinter Cell ich bin kein Splinter Cell Fan absolut nicht aber es gibt so tausende Fans irgendwie Millionen Fans auf Splinter Cell nichts gezeigt von diesen fünf Spielen die alle neu sind nichts nur drei olle Kamellen ich dachte alter ey das ist jetzt ein scheiß Witz irgendwie und ähm und immer und wenn ich dann höre irgendwie ähm viele durften ja schon Essays irgendwie drei Stunden lang anzocken irgendwie und wenn ich dann höre ja es ist eigentlich genau wie Odyssey nur minimal anders dann dann also ne es war mir irgendwie so klar dass das wieder nur aufgewärmter Mist ist sag ich jetzt mal nur ein anderes Setting ja ist schade ehrlich also ja so dieses alte Ubisoft Schema wie sie es damals schon hatten mit den alten Assassin's Creed Teilen war ja auch immer dasselbe im Endeffekt haben sich ja die Leute beschwert und dann kam ja Origins was ja wieder komplett anders war ja als was dann auch gut war das war ja gut aber jetzt fanden ja toll dass sie das jetzt so machen aber jetzt kommen sie wieder in diese Schiene rein ne ja aber die haben doch tolle Marken warum bringen sie nicht ein neues Rayman raus oder so das ist doch ein geiles Spiel gewesen oder Prince of Persia oder das genau da haben auch viele drauf gehofft genau wäre auch geil gewesen scheiß auf Assassin's Creed bringen sie doch mal das mal wieder raus weil damit holt sie auch die Fans noch ja Prince of Persia Splinter Cell Rayman diese ganzen alten Marken wo ewig nichts mehr kam ja ja das wäre richtig cool gewesen oh ja aber naja sollte nicht sein ja ja ok du darfst abmodulieren ach du scheiße ja das ist leider etwas länger geworden wahrscheinlich hört eh keiner mit zu das sind nur wir selber och das würde ich nicht sagen Sable hört auf jeden Fall dazu Sable ok super aber ähm wie ist das einer ich würde sagen wir machen jetzt Feierabend sonst sind wir hier in 3 Stunden immer noch am Quatsch und ähm ja ja äh dann sehen wir uns beim nächsten Podcast ich weiß nicht welcher das werden wir dann sehen ähm und äh ich verabschiede mich und das war auch jedenfalls ein schöner Podcast muss ich sagen hat mir wieder gefallen und äh ja bis zum nächsten Mal ich fand's auch sehr schön und äh freue mich auf den nächsten und ja macht's gut Ciao